Musik Musik Wieso meldet das Mikrofon nicht? Musik Sekunde Audio So, Test 1,2,3 Jetzt müsste es gehen Ich krieg hier einen ab Ich krieg hier einen ab So, kleine technische Probleme heute gleich zum Anfang des Streams Ich glaub's nicht Ich muss ganz kurz hier alles einstellen, dass ich hier noch alles richtig sehe Ich bin grad so Ja Ja So, liebe Zuschauer da draußen Hier sind wir Triple Talk Ich mach mal hier TeamSpeak mach ich jetzt an Hier mach ich gar nicht mehr lang rum Triple Talk Folge Nummer 15 Fängt schon mal spitzenmäßig an Mit massiven technischen Problemen heute Wir haben einfach Ich sag Skype ist die Hölle Skype ist die Hölle Bitte erfindet was Neues als Skype Ähm Dann jetzt grad irgendwie war wieder mal Aus irgendwelchen Gründen ist ständig Wenn ich Triple Talk starte Mein Mikrofon Sound weg Jedes Mal Naja Auf jeden Fall geht's jetzt wieder Und ähm Ich könnte mal alle im Chat schreiben Ob ihr alles hört Ob wir alle da sind Ob wir einfach da hier Ob das Stream wunderbar passt Und ich seh jetzt mal nebenbei noch erstmal Hallo an den Herrn Tiberius Hallo Hallo Und noch ganz weit da drüben Sitzt der Reinhard Unser äh Gast der schon mal da war Unser äh Admin der äh Star Trek äh Fans äh Facebook Gruppe Äh Hallo und herzlich willkommen Hi Hallo Hallüchen Wie geht's euch Abgesehen von dem Stress grad eben Jo Gut Sehr gut Freu mich schon den ganzen Tag auf Trivial Talk Hehehe Wieso sind jetzt hier Teamspeak Symbol wäre mir zweimal offen Hä? Ach ich Heute ne Technische Probleme faszinierend So Heute ist so ein bisschen Heute ist so ein bisschen wirklich der Wurm drin ne Heute ist echt der Wurm drin Gott wie hab ich das Wie haben wir damals Ratchet Radio auf die Beine gekriegt? Gute Frage Das ist ja Wahnsinn wie das hier abgeht So Gut Dann Heute Trivial Talk wie gesagt Folge Nummer 15 Und jetzt erstmal runter kommen nach den ganzen technischen Problemen Äh Wir haben natürlich auch ein Thema angekündigt Und zwar haben wir Star Trek startet durch ist unser heutiges Thema Ich muss die Musik mal noch leise machen Fällt mir grad auf So Star Trek startet durch ist das heutige Thema Denn warum hab ich das Thema gewählt Denn ähm Ich bin auch froh dass beim Rainer das Bild noch läuft Denn die ganze Zeit haben wir Standbilder bei ihm Das läuft noch Ist nicht schade bei mir Aber Ist schon ein Fortschritt im Vergleich zum letzten Mal Letztes Mal hast du ja noch keine Cam gehabt Und ähm Extra für dich gekauft Extra für mich gekauft Das wird unglaublich Naja also Wir machen mal ganz Wir machen mal ganz Wir machen mal ein Warmware Talk Technische Probleme Wir sind jetzt Zwölf Minuten später angefangen als geplant Äh Was ja aber pixellig Äh bizarr das nicht Ne meine Meine Kamera würde ruckeln und sei pixellig Also bei mir Ne bei mir bist du gar nicht mal Ja bei mir ruckelt es da auch ein bisschen Aber bei mir bist du nicht pixellig Nein also pixellig bist du bei mir auch nicht Muss ich sagen also Naja ich bin froh dass es am Hauptsicht was tut Wenn ich so ein bisschen schräg gucke übrigens äh Oh Weil ich hab den Bildschirm etwas schräg stehen Damit ich euch seh also Also nicht Nicht wundern wenn ich aussehe als ob ich schiele Mir hat sogar eher was anderes Ich hab bei dir den Filter für den Greenscreen noch drin Dementsprechend fehlen wir die Teile des Gesichts Ähm Ich machs ich machs grad weg Sekunde Entschuldigung Ja das das versuche ich schon seit 30 Jahren Äh Filter So Jetzt müsste es gehen Jetzt sieht man auch den Reinhardt wieder voll Ah ja Auf jeden Fall technische Probleme Wir haben erst äh Probleme gehabt ähm Dass der Turm plötzlich vom Reinhardt komplett weg war Dann war das ständig Standbild Und dann äh ein hin und her Und Skype ist ja so eine Diva Skype greift dann alle Windows Funktionen ein Und tut alles durch sich einstellen wie ich es will Und fragt gar nicht nach Dementsprechend waren Sachen eingestellt Das glaubt man gar nicht Auch das ist auch der Grund glaube ich Warum ich immer bei Triple Talk Kein Mikrofonsound hab Weil nämlich Skype immer den Standardmikrofoneinstellungen Von Windows komplett umstellt Das musste ich jetzt auch wieder zurückstellen Auch damit sind wir jetzt immer über TeamSpeak drin Was Bin ich mehr im TS? Ihr sitzt doch drin Ach mein Hä? Mein TS ist abgeschmiert Da fängt es schon wieder an Ähm So nochmal probieren Jetzt zickt TeamSpeak rum So TeamSpeak hatte gerade keine Rückmeldung mehr Willkommen zurück Schön, dass du wieder mit uns redest Ja, sehr schön Da bin ich wieder Es hört nicht auf heute So, äh Auf jeden Fall Das war ein hin und her Jetzt haben wir es dann endlich geschafft gehabt Und, ähm Und, ähm Dass wir jetzt Ton und Bild haben Auch wenn Ich muss mal TeamSpeak beobachten Vielleicht war das für ihn doch kein Schließen Sondern ist doch von selbst abgeschmiert Und, äh Wie gesagt, ähm TeamSpeak hatten wir jetzt wieder Meldung bekommen Die Verbindung von sogar ein TLP wurde unterbrochen Connection lost Also das ist Eigentlich kein normales Schließen Hm Aber jetzt hören wir uns gegenseitig, ne? Jo Nur, dass ich den Stream nicht mehr sehe Der Stream, äh Ist bei mir Oh, was sind das jetzt wieder? Doch, ich sehe den Stream, muss ich sagen Ja, aber auf Facebook, ne? Auf Facebook, ja Ja, aber auf Twitch sehe ich gerade da Twitch zickt rum Hm? Oh, jetzt zickt Twitch rum Ich pack's nicht mehr Ich muss mal Ich muss Twitch kurz den, ähm Den, den Servern, äh Wechseln, äh Twitch habe ich gerade massive Framelosses Äh Bin gleich wieder da Tch Noch läuft da Noch läuft da Gut, probieren wir's nochmal Hallo und herzlich willkommen bei Dribble Talk Wir sind hier die, ups Die Star Trek Talkshow Und, ähm Bin ich denn noch im TeamSpeak zu hören? Ja Gut Ausnahmsweise noch, ja Das läuft noch, Bilder laufen auch noch Beide Streams gerade ohne Framelosses Das passt auch Jetzt muss die von Frankfurt, der näher ist Richtung Paris wechseln Der weiter weg ist Und es läuft Ähm So Mal ganz kurz, bis sich alles eingependelt hat Bei den Leuten Äh, alle am besten mal den Stream Äh Neu Laden So Jetzt sollte es auch langsam mal funktionieren hier Boah, ich bin so Ja eben, Scotty Fragen Michael Schuh hat schon geschrieben Aber wie gesagt, notfalls auf Facebook läuft auch noch Ich kann ja mal ganz spaßes halbe für die, die, äh Umswitchen wollen Auf Facebook auch mal hier ganz kurz, ähm Dahin schicken Falls auf Facebook Äh, auf Twitch und Zickenmark können da auf Facebook auch noch ausweichen Da scheint es denn nämlich flüssig zu laufen So, jetzt nehme ich nochmal den letzten Schlupf von meinem Kaffee und dann Kaffee um die Zeit Ja, Kaffee um die Uhrzeit Ihr wisst doch hier, die extra Latte Ähm Achso, wieder die Latte für mich, okay Ähm, auf jeden Fall Star Trek startet durch, ist das heutige Thema Ich hab mir auch ein bisschen was vorbereitet Star Trek startet durch Denn, wie bin ich auf dieses Thema gekommen Ähm, Star Trek ist ja jetzt, ähm, wie alt nochmal genau 5, über 50, 20, 52 Jahre Äh, warte 52, oder? Ja, wir 52 Jahre, oder? 52, genau Ich wusste nicht mehr, wie viele Jahre jetzt schon wieder der, der Dingensherr ist Der, ähm, sag schon, der 50. Geburtstag Ich bin schon so perplex durch diese ganzen technischen Probleme hier 2016 war es 2016 Ja, ich muss sagen, ich bin auch gerade noch ein bisschen bei den technischen Problemen Wegen des Ruckelns, was wohl bei mir ist Und schaue gerade, ob hier irgendwas noch bei mir gerade Leistung frisst oder sowas Was jetzt hier Ne, ruckelt dann bei dir die Vorschau auch? Ja, inzwischen schon, dieses Mini-Dingens im Skype ruckelt Drück Jacke, drück Jacke, falschen Knopf Ich bin froh, dass überhaupt was läuft Ich kann mit dem Ruckeln ohne Probleme leben Ne, solange ich zu hören bin, wenn ich hier meine Monologe dann wieder halte Auf jeden Fall, 2016 war der 50. Geburtstag dieses Jahr, äh, 52 Jahre alt Und haben ja einen Haufen Serien hinter uns gehabt Wir haben mit TOS angefangen Wir haben mit TNG weitergemacht War eigentlich TOS, also der Animation ist jährige zwischen TOS und TNG oder war das Spiel? Ja, 72, ne? Okay, dann machen wir TOS Ja, 72, ne? TOS, T-A-S Und dann TNG, ja? T-A-S, genau Dann machen wir erst, also mit TOS angefangen über TAS, über TNG Dann parallel eigentlich schon fast DS9 Zwischen DS9 parallel nochmal Voyager und dann ab Ende noch Enterprise Dazu noch die ganzen Kinofilme bis Nemesis, 10 Kinofilme Dann war eine lange Ruhephase und dann 2009 Wurde ja schon mal versucht, das komplette Franchise, äh, weil es mal auch natürlich die Filmemacher Paramount und CBS gemerkt haben, Star Trek ist nicht totzukriegen Es lebt weiter, auch wenn sie nichts produzieren Was ja auch gut so ist, dank unserer Fans, ähm, dass es, äh, ich muss immer echt auf die Teamspeakung zu gucken Ob es überhaupt noch läuft, ja, läuft noch Wir melden uns, wenn irgendwas, äh, nicht passen soll Gut, gut Und wir hören dich noch Langsam kommt mein Puls runter Auf jeden Fall, ähm, ich sehe aber auch gerade, ab und zu zickt noch im Twitch ein bisschen rum, aber es läuft zumindest flüssiger als vorher Ich weiß nicht, woran das liegt Kann ich bestätigen Ähm, also Peter Brunschreibt bei Twitch wäre alles schwarz Ja, das war vorhin bei ihm, als wir gerade den, oder als Soran gerade den Server umgestellt hatte Ah, okay Warte mal, das läuft über Dingen, das heißt, dich erkennend ich ein bisschen Einstellung Vielleicht könnte ich damit ein bisschen was erreichen Indem ich da die Bits ein bisschen wegnehme, bei Facebook Weil wir haben eh hauptsächlich nur Standbilder, braucht man nicht so hohe Bitraten Ähm, vielleicht, dass dann bei Twitch das besser läuft, so Ähm, auf jeden Fall, ähm, gab's ja dann, ähm, das dumme ist aber auch bei Twitch, dass ich, äh, bei Facebook läuft ja parallel noch bei mir, womit ich den Chat sehen kann Den kann ich aber auch nicht, äh, auskoppeln oder so Äh, das Problem hatte ich auch schon Und ich kann den, den Stream nicht stoppen oder sowas Das ist auch ein bisschen nervig da hier Ach, was, was, also Twitch richtet mich grad echt auf Was, was zickt denn Twitch rum? Ja, Twitch ist heute Ganz kurz, ganz kurz So, dann übernehmen wir jetzt die Sendung Wir machen jetzt was vollkommen anderes Ähm, was nehmen wir uns denn vor, worüber wir reden können? Du warst auf der Destination, ja? Ja, ich war auf der Destination gewesen, genau Wer ist über die Destination empfunden? Ach, ich fand die sehr, sehr angenehm, gerade im Vergleich so zur Fatcon Ich meine, die war natürlich im Vergleich richtig ruhig gewesen Aber gerade das hat's für mich irgendwie so angenehm gemacht Wo man sich eben so bewegen konnte und alles Ah, da ist er ja wieder Ja, ich finde ich wieder, aber es, äh, 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 der Twitch-Übertragung ist knallrot Hm Es geht langsam, aber sicher, bergab hier Ähm Twitch ist heute echt ne Diva Ich hab nochmal was umgestellt, ähm Kommen wir immer noch massiv in die Grenzbereiche rein hier Muss ich mal, muss ich mal weiter beobachten Auf jeden Fall, ähm, nurfalls hab ich ja wie gesagt euch nochmal da hier Twitch-Schein durch, äh, Facebook-Schein durchzulaufen Ich tu nochmal in Twitch nochmal den Link zu dem Facebook Ähm, halt was, was schick ich denn hier eigentlich für einen Link? Hm Den brauch ich Muss ich mal, muss ich mal weiter beobachten Auf jeden Fall, ähm, da haben wir's Ich muss den Link hier nehmen Den Link hier nehmen Ähm, dann einfach nochmal hier da versuchen Äh, falls es beim, beim Dingens nicht geht Und, ähm Ja, sag ich, Twitch heute echt ne Diva Egal, ich hab jetzt schon mehr Reserver gewechselt Bandbreiten gewechselt Und trotzdem massive Probleme Also, gut, ich muss den, ich glaub den Link nochmal versuchen Parallel noch auf YouTube zu machen So, auf jeden Fall, jetzt versuchen wir's nochmal Wir haben wie gesagt, um, ähm, mit 2009 gab's dann nochmal einen Versuch Mit den, äh, JJ Filmen, äh, das ganze Franchise wieder aufleben zu lassen Und, ähm, weil man halt gemerkt hat, dass es, äh, dass Star Trek nicht tot zu kriegen ist Ob die Filme jetzt gut waren, ist, tun wir jetzt mal nicht diskutieren Ähm, denn da sind ja die Meinungen massiv auseinander Was es aber gemacht hat, ist, es hat, ähm, massiven Aufschub in diesen ganzen Franchise gegeben Es hat ja richtig, äh, losgelegt, ähm, das ganze Thema Star Trek ist wieder, äh, in die Medien gekommen Ist wieder, ähm, bei den, bei den Filmemachern angekommen Ähm, ähm, was natürlich dann auch eigentlich auch der Startschuss war Sich mal über Gedanken zu machen über eine neue Serie Wodurch dann Discovery rausgekommen ist Und im Endeffekt der Erfolg von Discovery Hat ja verursacht, dass, ähm, das Thema Star Trek bei den Filmemachern Also bei Paramount-CBS Ich mach immer beides, weil ich nicht mehr weiß, wer davon hat jetzt was Die waren jetzt auch in Diskussion mit Fusion, dann ist doch wieder Streit Wer hat jetzt was, wahrscheinlich Paramount das Schiff CBS hat den Charakter und irgendein anderer Sender hat den Namen Keine Ahnung, das ist alles so durcheinander Ähm, deswegen Ja, so wie ich das, so wie ich das in Erinnerung habe Aber das kann jetzt natürlich sein, dass ich mich jetzt da auch fatal irre Aber ich hatte, glaub ich, mal gehört, dass das, äh, von den Rechten her Paramount-CBS streng geteilt ist anhand von Serien und Filmen Dass die Filme über, äh, Paramount gehen würden Genau, ja, das ist klar Und alles, was damit zu tun haben wird und die Rechte für alles, was im Serienbereich liegt, bei CBS eben liegt Das, das ist, das ist richtig, aber mir geht zum Beispiel darum, wenn du zum Beispiel in den Filmen die TNG-Crew auftauchte, ist halt gleichzeitig auch wieder die Crew der CBS-Lizenzen, wenn du so willst, ne? Äh, und, äh, obwohl es im Paramount-Projekt ist Also dadurch ist es ja eigentlich schon wieder gemischt Ne, die gab's zu der Zeit aber ja noch nicht Also Lizenz-Probleme gab's damals ja in der Form nicht Aber getrennt war's trotzdem noch Ne, 2002 war das noch nicht getrennt Echt? Glaube ich nicht Aber die Filme liefen trotzdem doch schon immer über Paramount und die Serie über CBS Ja, genau, und die Serien auch Bis 2005 Ach so Also es lief über, also CBS und Paramount gehören der gleichen Division an Ja? Das sind beides Tochterfirmen einer großen, also beides Töchter einer großen Firma Und das ist ähnlich wie bei Marvel auch In Marvel ist das auch unterteilt in einem, ein, äh, TV-Studio Mhm Und in einem Filmstudio, ne? Und bei denen ist es halt so, dass die sich da um die einzelnen, äh, Charaktere streiten, ne? Also wer, wer darf woraus eine Serie und wer, welche Figuren dürfen im Film auftauchen Und bei CBS und Paramount ist es eben, äh, grundsätzlich so, äh, dass da der Streit eigentlich sich noch ein bisschen mehr um die Designs inzwischen jetzt dreht Ja? Also die, die, die Figuren verwenden ja beide Franchises, ja? Es gibt einen Pike jetzt in der zweiten Staffel von Discovery und es gibt ja auch einen Pike in den Kinofilmen Genau Also die Figuren werden da beide verwendet Ja Ähm Nur, ich glaube, es wäre nicht so einfach, das Klingon-Design der Filme in den Serien zu verwenden Äh, ja, ja Obwohl, wie gesagt, auf jeden Fall gab es ja jetzt eine Diskussion über, 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 äh, Fusion und trotzdem ist da wieder ein Streit entstanden War aber fast vorabsehbar Es ist grundsätzlich immer schlimm, wenn so, von irgendein Franchise die Lizenzen an mehreren, äh, Parteien vergeben sind Das ist grundsätzlich immer kacke Auf jeden Fall, ähm, darauf, auf die Lizenzgeschichte wollte ich ja gar nicht eingehen, ähm, sondern es hat ja, äh, Discovery hat ja im Endeffekt, äh, der Erfolg von Discovery hat ja im Prinzip gerade, äh, CBS macht's ja, gezeigt, dass, ähm, mit Star Trek definitiv noch nicht tot ist Also, Discovery ist ja bei diesen ganzen Streaming-Diensten durch die Decke gegangen, ähm, CBS All Access und Netflix hat durch Discovery massive, äh, Abonnenten-Zuwächse bekommen, ähm, also ist von, bei beiden wirklich ein großer Erfolg, auch selbst bei so einem Riesen-Millionen-Ding wie Netflix war es immer in den, in den Top 5 eigentlich drin, ähm, ähm, dementsprechend, äh, noch weit, das spielt noch ganz weit oben mit, Star Trek ist definitiv noch nicht tot Was, wodurch natürlich gerade aufgrund des Erfolgs, ich hab auch immer das Gefühl, dass die mit Star Trek Discovery mit der ersten Staffel versucht haben, äh, das ganze Thema Star Trek für Serien nochmal ein bisschen anzutesten, um zu gucken, wie kommt's an Aber, dass sie gemerkt haben, dass es läuft, ähm, haben sie natürlich jetzt die Meldungen seitdem massiv überschlagen Und diese Meldungen, die jetzt nach und nach in uns eingeprescht haben, so dieses, dieses wirklich, oh, jetzt gibt's Star Trek aber richtig Gas, ähm, werden wir halt einfach mal alles ein bisschen durchgehen Was gab's denn so für Meldungen, was gibt's denn schon an, an, äh, an, äh, Fakten, was gibt's denn schon, was sind Spekulationen, ähm, was ist jetzt schon sicher, was, was wird uns erwarten und so Werden wir halt einfach mal alles nach und nach durchgehen und mal ein bisschen durchdiskutieren Und, ähm, ich hab mir auch so eine kleine Übersicht geschrieben da hier, dass, ähm, mit den, ich hab die letzten, äh, News der letzten drei Monate, also die größten, wichtigsten News der letzten drei Monate, hab ich mir mal aufgeschrieben Und, dass wir einfach mal so ein bisschen... Das heißt, wir haben heute tatsächlich mal nen Plan Wir haben nen Plan, ja Das ist ja mal was Neues Paramount darf keine TV-Ferien, äh, Ferien, sag ich schon, Serien produzieren, schreibt Michael Schuh Richtig Genau Ist völlig richtig Aber, ähm, wir hatten es damals dann produziert, Paramount, oder? Früher hattest Paramount Da durften sie noch, also zumindest da durften sie die Star Trek-Serie noch machen, bevor CBS die Rechte für die Serien hatte Ja, das war, das war früher auch anders verteilt, also, CBS war früher ein Sender von Paramount So, die Firmen sind, äh, ähnlich wie bei Viacom auch, also, äh, sind da Viacom-Unternehmen Dann sind die Unternehmen aus finanziellen Gründen getrennt worden Und die Rechte wurden halt entsprechend aufgeteilt Mhm, also da blickt langsam keiner mehr durch, da Hauptsache es kommt Star Trek und die sprechen sich irgendwie ab Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hab mir auch immer ein bisschen die News, äh, zusammen geschrieben Und, ähm, wo fangen wir denn mal an Man hört mich nicht Ah, Teamspeak kackt schon wieder ab Ja, ist schon wieder abgekackt Sehr geil, jetzt zickt Teamspeak heute rum Das Teamspeak kackt irgendwie ab, aber aus irgendwelchen Gründen hab ich Teamspeak auch zweimal in meinem, ähm, Taskmanager unten drin, ne? Und das eine lässt sich nicht schließen Ich guck grad mal ganz kurz Aber du hattest tatsächlich grad eben wieder erst das gehabt, dass wir dich gar nicht mehr gehört haben Wir haben gesehen, dass du redest, haben dich aber nicht mehr gehört Und dann haben wir wieder die Meldung hier bekommen, die Verbindung von so an TLP wurde unterbrochen, Connection lost Ich hab Teamspeak aber nur einmal im Taskmanager selber drin, ne? Faszinierend Unglaublich Teamspeak Ja Teamspeak Nur das Symbol ist doppelt So, okay Wie lange wir da schnell drauf reagieren können Ja eben Also, ihr im Stream hört mich ja, bloß die Gäste hier hören mich nicht Äh, ich hör die dann Und der Stream hört die Gäste wahrscheinlich dann nicht Genau Auf jeden Fall, ähm, ihr könnt natürlich auch im Chat mitmachen übrigens, so ganz nebenbei Solltet ihr irgendwelche News haben, die wir noch nicht haben Jetzt prallt aber nicht gleich los, ich hab selber eine Liste hier nicht Dass ihr jetzt schon anfangt, alle News da reinzuschmeißen, weil ich noch nicht angefangen hab Ähm, wenn ihr natürlich auch irgendwelche News habt oder irgendwelche Informationen zu den jeweiligen News Könntet ihr ganz gerne in den Chat schreiben Äh, kann aber nicht versprechen, dass ich es auch schaffe zu lesen, aber ich versuche mein Bestes Ich habe hier eine Meldung, gab's am 15.06. Ähm Ich würde, bevor wir da reingehen, gern nochmal ganz kurz, äh, das aufgreifen, was Bizarre geschrieben hat Weil das nämlich auch ziemlich gut meine Meinung deckt Äh, Star Trek ist deshalb wieder Hype wegen den JJ-Filmen Das finde ich nämlich auch Das war ja eigentlich überhaupt erst so der Startschuss gewesen Was alles, was danach kam Jetzt mit Discovery Und auch den kommenden Ankündigungen halt wirklich wieder ermöglicht hat Und auch beispielsweise, ähm, das, äh, Romanwesen um Star Trek drumherum Ist auch dann auch in meinen Augen halt so wieder richtig in Schwung gekommen Es war halt auf einmal wieder jede Menge Merch auf dem Markt Jede Menge Sachen, die sich gut vermarkten ließen, gut verkaufen ließen dabei Und, äh, ja, es war halt wirklich ein Interesse dran Und vor allem, ähm, es haben sich viele alte Fans angeschaut Ich meine, zu welcher Meinung sie dann drüber gekommen sind Sei mal dahingestellt, ob sie es gut fanden oder eben nicht Aber es hat halt auch dadurch, dass es wirklich, äh, in Anführungszeichen Blockbuster-Kino war, wie auch immer man das jetzt nennen mag Oder Action-Kino Hat's halt auch wieder neue Leute zu Star Trek gebracht Was natürlich auch wieder ein sehr positiver Aspekt ist Ja, das ist ja das, was ich gemeint hatte Ich will halt nicht darüber diskutieren, ob es gut oder schlecht ist Aber es hat einen Boost gegeben, Star Trek Also ohne J.J. wüsste man nicht, wie es heute wäre Genau, und ich finde, wenn wir heute diesen ganzen Aufschwung Den wir ja jetzt gerade alle miterleben dürfen Womit ich übrigens vor ein paar Jahren noch nicht einmal gerechnet hätte Dass der Aufschwung so heftig wird Ähm, wenn wir jetzt heute darüber reden, wie dieser Aufschwung zustande kam Finde ich, sollte man den Startpunkt sich zumindest dabei immer ein bisschen bewusst sein Weil ein J.J.-Film haftet natürlich auch sehr viel Schlechtes mit an dabei Aber trotzdem sollte man das der ganzen Sache wenigstens zugute halten, finde ich Ja gut, man muss doch ein bisschen gucken jetzt mit dem Thema Aufschwung Das ist jetzt eine Menge angekündigt Ich sag jetzt nicht was, sonst nehme ich mal alles vorweg Aber man muss auch da immer ein bisschen vorsichtig sein Weil werfen wir einen kurzen Blick zu den Kollegen von Star Wars Ja, wie es jetzt mit Solo gelaufen ist Der Film ist abgekackt Ja Daraufhin sind, ich glaube, drei Filme jetzt abgesagt worden Das kann bei Star Trek auch schnell gehen Das kann schnell gehen, ja Also da muss man schon aufpassen Es ist jetzt viel angekündigt Was davon letztlich realisiert wird Das bleibt dann natürlich noch abzuwarten Die erste News, die ich hatte Das war eigentlich erstmal so ein Moment, wo man sich Das sind so die ersten Momente, wo man sich denkt Okay, mit Discovery geht's doch nicht voran Ähm, das war zum Beispiel hier Das war die News Also ich hab mir zumindest die Artikelndatum von der Quelle, wo ich's herhabe In diesem Fall Robots and Dragon Ähm, rausgesucht Wann's natürlich genau veröffentlicht wurde, weiß ich auch nicht Auf jeden Fall am 15.06. war die Information Ähm, Discovery Showrunner Berg und Herbert sind raus Alex Kurtzmann übernimmt Ähm, das war ja die Geschichte, dass die zwei Äh, ich muss gerade selber nochmal reinschauen Die zwei, ähm, Showrunner Äh, da gab's irgendwie Streite intern Und auf jeden Fall grundsätzlich gab's Streite intern Zwei Leute, führende Leute wurden entlassen Und hat jemand anders hat das übernommen Wo man sich dann immer denkt, oh, geht runter und drüber Und es geht anscheinend doch nicht so voran Also es hat eigentlich, äh, ich hab das Thema Deswegen genommen, ähm, es sollte auch zeigen Dass es natürlich auch mal Momente noch gab Nach des Kaffees, wo man erstmal noch nicht wusste Wo sind wir jetzt? Also ich weiß noch, dass Bevor der Ankündigung der zweiten Staffel Oft noch darüber geredet worden ist Dass, ähm, dass, äh, es mit dem Kaffee anscheinend Doch nicht so gut läuft Und dann fragte ich, ob überhaupt noch eine Staffel kommt Aber das wurde ja dann ganz schnell widerlegt Und, ähm, mit der nächsten News, die ich ja hatte Da können wir dann gleich mal als erstes drüber reden Und zwar, ähm, auch von Quelle Robots and Dragons Die Quelle, die News kam am 19.06. Und zwar CBS erweitert das TV-Franchise Und gibt Alex Kurtzmann einen Fünf-Jahres-Vertrag Ähm, das war sozusagen der Moment, wo man gemerkt hat Dass, ähm, dass, ähm, dass, äh, CBS jetzt durchstarten will Dass da vor allem halt wirklich Interesse an längerfristigen Projekten ist Ich meine, gut, wir brauchen uns da, glaube ich, nichts vorzumachen Für große Firmen zählt jetzt nicht der, äh, Gedanke Ein Franchise am Laufen zu halten oder sowas primär Sondern natürlich die wirtschaftlichen Aspekte Aber man hat da gemerkt, man kann mit Star Trek heutzutage Noch Geld verdienen wirklich Und das gibt da das Potenzial dafür Und das ist das, wovon wir natürlich als Fans dann profitieren Ja Vor allem, ähm, weil du gerade sagst, Geld verdienen Ich finde es halt faszinierend Star Trek ist jetzt halt nicht so, ich sage jetzt mal Der massive Geld-Gold-Regen-Brenner Wie jetzt vielleicht wie Marvel oder sonst irgendwas Deswegen wundert man sich, dass die dann trotzdem sagen Die knallen nochmal ordentlich was rein, ne? Wird ich aber darauf, äh, quasi schieben Wie da bisher rangegangen wurde Ich meine, die meisten Star Trek-Filme im Vergleich zu dem, äh, Marvel-Universe Sind jetzt doch schon ein bisschen älter Und damals halt auf dem normalen Weg gelaufen Das heißt Kinofilm Und später dann auf Video, VHS, DVD, was weiß ich was eben erschienen So kam das ja alles dabei zustande Und die, äh, meisten Marvel-Filme Entstammen ja eindeutig da einer deutscheren, äh, einer neueren Zeit Ich sollte nicht nebenbei einen Artikel lesen und reden Da kommt Bullshit raus Ja, aber entstammen ja einer neueren Zeit Die sich entsprechend auch anders natürlich vermarkten ließ Was ich jetzt aber gerade im Zusammenhang mit, äh, Discovery als großen Vorteil sehe Ist, dass da eine, äh, wenn man es so aus dieser Film- und Serienbranche mal betrachtet Eines der finanzstärksten und größten Unternehmen, die wir aktuell überhaupt haben, dahinter steckt Halt auch wirklich Aufgrund, aufgrund dieser, dieser Masse, die halt auch schon da ist, ne? Ja, der Name ist halt auch verdammt schon verdammt viel wert Äh, eben Sprichst du jetzt von CBS und Paramount mit, äh, mit der, äh, finanziellen Stärke? Jetzt meine ich gerade eben die finanzielle Stärke von CBS an sich Beziehungsweise eben dadurch, dass es eben, äh, auch auf anderen Plattformen Dass man sich eben dazu entschieden hat, über den Weg hier, äh, in Europa und auch anderen Ländern über Netflix zu gehen Dass man da halt wirklich die konstanten Einnahmen aus einem Pool schöpfen kann Und eben, äh, nicht mehr, äh, primär von DVD-Verkäufen dabei leben muss Ja gut, generell ist nämlich so, der finanzielle Background sowohl von Paramount und CBS ist gar nicht so stark Ja, und tatsächlich haben die den Einstieg ja verpennt Ja, ja, mit, mit All Access All Access ist ja im Vergleich zu Amazon Und eben auch im, vor allen Dingen im Vergleich zu Netflix Im Vergleich zu, äh, Google Sehr spät jetzt an den Start gegangen Ja, also 2017 eben erst, ne? Ja, und, ähm, im Vergleich, im Verhältnis gesehen Ist das, äh, ein sehr kleiner Steaming-Dienst noch immer Und, äh, wenn du mal ein Stück weiter guckst Jetzt, äh, auf der anderen Seite Paramount Wie gesagt, alles, äh, Teile eines großen Ganzen, ja Äh, äh, da, äh, ist die finanzielle Schieflage eigentlich auch bekannt, ne? Also, äh, die waren, denke ich, ganz sicherlich von Discovery selbst überrascht Ja, ja, das auf jeden Fall Wobei ich finde, da war halt, dass der positive Aspekt, äh, Aspekt daran Dass die ganze erste Staffel vorfinanziert war Dass man sich dazu entschlossen hatte Und deshalb auch wirklich anders rangehen konnte Dass man eben nicht mehr von Episode zu Episode arbeiten musste Sondern im Vorfeld ein Konzept erarbeitet hat Ein Konzept erstellt hat Und auch dementsprechend wirtschaften konnte Über die ganze Staffel Ja, das ist richtig, ne? Dieser neue Aspekt, äh, von der Herangehensweise her War in meinen Augen auch mit, äh, da gewinnbringend gewesen Oder hat zum Erfolg halt beigetragen Und vor allem, es mussten, äh, nicht nur Folgen sein Die permanent jede Folge Zuschauer dran lockt Und, äh, dementsprechend Einstattkunden produziert Sondern alles konnten zwischendrin eigentlich auch mal, ähm, ich sag jetzt mal Ruhigere, nicht so ganz interessante Lückenfüller dabei sein Weil, weil es ja über die Serien wegfinanziert war Weil bei Filmprojekten ist ja immer so Da muss jede Folge eigentlich Zuschauer generieren Weil ja Zuschauer gleichzeitig Werbeeinnahmen sind Und so weiter Und das ist halt bei so einer komplett vorfinanzierten Serie Über den Streamingdiensten nicht unbedingt notwendig Ähm, ja, tatsächlich ist das jetzt ein Punkt Der mich an Discovery ein bisschen gestört hat Sogar, wenn ich ehrlich bin Ich finde eigentlich, der Plot an sich Hätte echt noch viel, äh, straighter geschrieben sein sollen Und auch müssen Ähm, ähm, nach, mit den 15 Folgen Ähm, das ist ja nun jetzt nicht so wie früher Am Anfang hatten ja die Star Trek Serien 26 Folgen im Schnitt, ne? Äh, äh, die ersten Staffeln immer weniger Aber dann waren es so 26 Folgen im Schnitt, äh, da hat man dann das Adventure of the Week Aber in so einer, äh, Serie wie Discovery mit 10 bis 15 Folgen Da hatten Adventure of the Week eigentlich schon nichts mehr verloren Ähm, ja gut, die haben es immer natürlich ausgebügelt Die haben immer dann den Plot noch ein Stück weiter geführt Aber, ähm, die Serie ist ja auch ein bisschen für diesen Leerlauf kritisiert worden Letzten Endes Ja, ich fand, ähm, ich habe da zwei unterschiedliche Sichtweisen gehabt Einfach dadurch, dass ich Discovery zweimal komplett geschaut habe Auf unterschiedliche Arten und Weisen Das erste Mal natürlich, wie es jeder auch geschaut hat Woche für Woche, Folge für Folge Ähm, da hatte man natürlich schon das Gefühl Oh, die Folge war jetzt aber schwächer gewesen Oh, die Folge war jetzt wieder sehr viel stärker gewesen Solche Gefühle kamen da halt auf Ähm, ich hatte Discovery aber dann nochmal komplett geschaut Und zwar hintereinander weg Über Netflix Und ich hatte es auch schon, glaube ich, mal in einer Triple Talk Folge so gesagt Und da kommt man eben dazu Dass man von Netflix diese Funktionen hat Abspann, Vorspann wegzulassen und sowas Und an die richtige Stelle zu springen Quasi, dass es halt gleich fließend weitergeht Und da lässt sich Discovery tatsächlich Ohne diese Rückblicke und alles Wie ein fortlaufender Film schauen dabei Und das ist mir Oder das ist was Das ist mir beim Schauen der einzelnen Episoden Woche für Woche Damals überhaupt nicht aufgefallen Dass das doch ein so dichtes Gewebe quasi ist Dass man das so wie ein Film am Stück wegschauen kann Ja Das ist zumindest die Absicht gewesen Ob das immer geglückt ist Äh, da bin ich etwas anderer Meinung Dass das immer geglückt ist Aber gut Nee, immer nicht Aber ich glaube, es waren zwei, drei Bruchstellen gewesen Aber auf 15 Folgen ist das immer noch relativ wenig Aber man muss auch ehrlich sein Egal ob Discovery, ob Voyager, ob DS9, ob TNG, ob TOS Es waren immer Folgen dazwischen Wo ich auch hier nicht selbst auf Netflix nachträglich nur schaue Die werden übersprungen Weil sie einfach, ähm, Folgen sind Man muss sich nicht alle Folgen anschauen Es gibt wirklich Folgen, wo du denkst Okay, die ist jetzt kein Glanzlicht dieser Serie Ähm, gehen wir gleich weiter zur nächsten Ja, also überspringen würde ich persönlich da jetzt nur nicht Aber grundsätzlich, äh, jede Serie hat es gehabt Also da ist halt einfach das Kaffee nicht anders Ich gehe nochmal kurz zurück zum Artikel, den ich erwähnt hatte, dass im Prinzip, ähm Ich wollte eigentlich nur noch kurz eine Frage einwerfen Ja Hätte ich das richtig mitbekommen, dass dieses Jahr im November Discovery als DVD-Box erscheinen soll, die erste Staffel Ja, 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 als Blu-Ray und DVD Du springst schon wieder vor, Junge Sorry, das war jetzt gerade so im Thema Weil ich habe mich nämlich gerade gefragt, ähm, ob man dann auch in der Blu-Ray und DVD-Version Dann diese Rückblenden zu jeder Folge hat Oder wie die das dann rausbringen Ich denke schon, ja Ich, ich, was mich immer interessiert ist, ob sie Aftertrack drin haben Aber ich gehe mal stark davon aus Okay, mein Teamspeak ist anscheinend wieder abgeschmiert Jupp Keine Ahnung, woran das jetzt schon wieder liegt Ähm, bedum, bedum, bedum Die sind eingeplant an, äh, Bonus-Features Geil, ich stehe sogar zweimal Alter, was ist denn das jetzt? Jetzt, jetzt schmiert gerade richtig ab Teamspeak macht gerade richtig zickern Ich probiere mal was Äh, Jungs, Mädels, könnt ihr euch nochmal in Skype nochmal die Mikrofone einschalten? Denn anscheinend will Teamspeak jetzt gar nicht mehr bei mir Jawohl, hörst du mich? Ja Super, ich höre dich jetzt ganz laut Jaja, ich höre dich auch Aber ich höre Tiberius noch nicht Auf jeden Fall höre ich dich schon deutlich besser als vorhin, das Problem Na, jetzt habe ich gerade Teamspeak, ihr wart weg Teamspeak neu gestartet und es hat gleich von Anfang an abgekackt Deswegen, ähm, müssen wir jetzt nochmal schauen Äh, Soran, ich habe jetzt mein Mikro wieder angemacht Ich höre dich Ah, jetzt Und du klingst wie ein Schlumpf Das, so muss das sein Ich finde den Sound toll Ich höre euch Ähm, okay, ich muss noch Das Problem ist nur, äh, an die Zuschauer Kann sein, dass ich die vielleicht ein bisschen runterregel Bei Teamspeak kann ich nämlich alles schön regeln Aber Skype macht alles immer sehr gerne ein bisschen laut Äh, deswegen gucke ich gerade, ähm, das einfach mal ein bisschen runterdrehe So, jetzt können wir weitermachen Wo ist mein Chat hin? Der ist dort Ich habe doch gerade Genau, die Chats laufen da Ähm, jetzt habe ich meinen Artikel jetzt wieder hin Mit den ganzen Dingern, die ich mir aufgeschrieben habe Ach Gott Da haben wir es Ähm, Soran, ich höre dich im Skype Aber du klingst verzerrt und wie ein Schlumpf Und, äh, ja, also Ich verstehe dich auch nicht Ich höre dich, aber ich verstehe dich nicht Reinhard, kannst du mich hören? Ich höre dich perfekt So gut wie den ganzen Abend noch nicht Dann bist nur du das Tiberius, der mich nicht hört Ich habe gehört, dass du was gesagt hast Aber das war's auch Oh Kann ich mal heute Abend irgendwas funktionieren? Das ist unglaublich Das war ja klar, jetzt weiß ich auch, warum ich nervös bin Oder war Irgendwie ist heute echt der Wurm drin Test, test, test Jetzt bist du wieder leiser Jetzt bist du aber auch wieder im Teamspeak Aber leiser, ne? Sound einschleer Ich denke, wenn ich jetzt wieder den Skype ausmache Dann höre ich dich im Teamspeak wieder lauter Ja, nur das Mikrofon ausmache So, probieren wir es nochmal über Teamspeak Jetzt scheinst du wieder mal kurz für ein paar Minuten zu funktionieren Oh, ich Der Berius hat sein Mikro aus Jetzt ist es wieder an Ja, ich musste husten und wollte euch das nicht antun So, probieren wir es nochmal Ich komme nochmal ganz kurz zurück zu dem Artikel Den, ähm, wo ich gemeint habe Den mit dem 5-Jahres-Vertrag Und zwar, ähm, wurde da ja auch angekündigt Dass laut einer Mitteilung von CBS Saul Kurzmann eine neue Star-Check-Serien Miniserien und, äh, andere Optionen Wie zum Beispiel Animationen entwickeln Ähm, es war ja davor schon mal Seitens, ähm, Paramount, äh, Schrägstrich CBS Wie auch immer Ähm, das Thema, ähm, Star Trek und, ähm, Cinematic Universe Ähm, ich hab das auch schon mal als, als Triple-Talk-Thema gehabt Da war es aber, da war es aber mehr so eine Spekulation von meiner Seite aus Später war es dann auch von Paramount mal im Gespräch Nochmal kurz zur Erklärung Cinematic Universe heißt einfach Wir machen Star Trek ja nicht mal nur noch auf dem Schiff mit einer Crew Sondern wir nehmen die das komplette Universum Also sprich wir, äh, das ist genau wie bei Marvel zum Beispiel Da hat man den Captain America, man hat den Iron Man Jedes ist ein eigenständiger Charakter in seiner eigenständigen, äh, ich sag mal Serie und Film, ähm, aber trotzdem können die immer noch, ähm, gehören die auf dem selben Planeten Also das heißt, die können sich treffen und können hantieren und so weiter Haben wir im Endeffekt sowieso schon in Star Trek Wir haben, äh, die Enterprise, wir haben DS9, ähm, die haben sich auch in, in, in zwei Folgen schon getroffen gehabt, ähm, vor allem am Anfang von DS9 Wir haben eine TNG-Folge, wo wir sind bei DS9 sich treffen Wir haben in Enterprise die letzte Folge mit, äh, Riker drinne und Troy Wir haben in Voyager Die, die, die vergessen mal schnell Aber zumindest, es ist, es wurde ein bisschen verbunden Besser ist Dann haben wir, ähm, äh, Voyager noch mit Barclay, wo, äh, die Verbindung da war Und auch Troy auch mal Gastauftritt hatte Wir hatten, ähm, natürlich in TOS nicht, aber zumindest in, 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 äh, Star Trek 7 war das im Endeffekt auch TOS und TNG haben sich getroffen Also grundsätzlich haben wir das schon Aber das war immer noch, äh, nur angedeutet Das war immer, äh, immer noch nur das Schiff und die Crew Wir haben ja jetzt im Endeffekt mit Discovery auch nicht anders Wir haben das Schiff und die Crew Und, ähm, als Cinematic Universe Wird er halt Star Trek nicht mehr nur noch als Schiff in den Mittelpunkt setzen Sondern wird er halt das komplette Universum in den Mittelpunkt setzen Das heißt, es wird er halt die Türen öffnen für alles Mögliche Was irgendwie mit Universum zu tun hat Es könnten, äh, sein, dass wir jetzt zum Beispiel eine Serie kriegen von, ähm, sag mal eine neue Enterprise Serie Eine, eine Serie über eine Station Und dann nochmal eine parallelene Serie, äh, was ich, nenne mir das jetzt einfach mal Reliant Ähm, drei, drei einzelne Serien Die, wie damals zum Beispiel TNG und DS9 und so weiter laufen Und wenn wieder mal ein Kinofilm kommt Würden dann alle diese drei in einen Kinofilm So ewig wie bei Marvel, die Avengers zum Beispiel In einen Kinofilm landen und gemeinsam etwas machen Das heißt, dann geht der Kinofilm nicht Ja? Das geht eben nicht Weil? So wie du es jetzt dir vorstellst, geht's nicht Weil CBS und Paramount getrennt agieren müssen Das klappt eben so eben nicht Weil die Designs zum Beispiel nicht übernommen werden dürfen Ja, aber das Innerhalb der Serien geht das Und innerhalb der Filme für sich geht das Aber du kannst zum Beispiel einzelne Elemente aus den Serien Nicht so ohne weiteres jetzt in die Filme übernehmen Du kannst Storylines und sowas vielleicht übernehmen Aber in anderen Punkten könnte es schwer werden Ähm, ja, gebe ich dir definitiv recht Aber die Versuche, das zu ändern, waren ja schon da Deswegen will ich es noch nicht totsprechen Das ist zwar in einem Streit zwischen den beiden gelandet Aber, ähm, ich will das noch nicht totsprechen Die haben ja versucht, ähm, das zu fusionieren Um genau diese Probleme zu lösen Um besser miteinander arbeiten zu können Aber das ist ja anscheinend irgendwie in den Streit dann eskaliert Ja, im Endeffekt ist es ja so Man gewöhnt sich jetzt so ein bisschen an diese Begrenzung Dass es die gibt Aber im Endeffekt bedarf es eigentlich nur einer internen Einigung Und sowas Ich verstehe halt irgendwie Ich verstehe halt irgendwie den Grund nicht Weil im Endeffekt würden die ja profitieren Paramount Die könnten alles, was CPS an Serien produziert Äh, an Fans aufbaut Äh, was ja auch eine gewisse Sicherheit gibt Ich meine, wenn eine Serie Fans hat Gehen die Fans definitiv in den Kinofilm Ob der Kinofilm gut ist oder schlecht Äh, wenn jetzt ein Kinofilm an Ohne Grundlage einer Serie Musst du die immer mit Werbung und sonst was locken Ähm, das heißt, du hast mit einem Film Der eine Serie als Grundlage hat Immer gewisse Vorteile Und wenn Paramount theoretisch die Serie, die CPS schon vorproduziert Nutzen kann Dann, dann werden die ja auch Vorteile Außer CPS will das vielleicht nicht Das wäre die Frage, wer da wieder dazwischen fuchs Aber nachteilig sehe ich es halt nicht Außer, dass man sich da vielleicht ein bisschen anzickt Das ist alles eine Geldfrage Ich sag mal so, ähm, richtig Genau, es ist eine Geldfrage Ganz genau, das ist das Thema Und je mehr Geld mit sowas zu verdienen Ist es so interessanter Ist es natürlich für jede Firma Sich da ein möglichst großes Stück von dem Kuchen abzuschneiden Ja Und genau dann gehen ja meistens auch die Verhandlungen los Wenn die eine Firma das möchte, die andere Firma das möchte Und was weiß ich was Und genau das ist halt auch der Vorteil Den ich halt darin sehe Dass jetzt wieder viele Sachen Ähm, angekündigt werden Oder zumindest Ja, ich weiß nicht, ob angekündigt Jetzt schon zu Definitiv ausgedrückt ist Aber in Aussicht gestellt werden Zumindest Ähm, es kommt Bewegung in das Ganze rein Aber hier Michael Man hat natürlich keinen Einblick Was da im Hintergrund läuft Aber hier Michael Schuh Der Michael Schuh Du hast gerade nochmal ein gutes Beispiel genannt Die Sie macht das ja momentan Mit Flash und, ähm, 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 Supergirl und so weiter Die produzieren jetzt ja in Serienform Im Endeffekt ja genauso diese, diese, diese Folgen Wo auch alle sich mal treffen Genauso wie auch bei, bei Marvel auf Netflix Mit Jessica Jones, Luke Cage und so weiter Die sie zum Schluss bei den, äh, Ähm, bei der neuen Serie treffen Ich weiß gerade den Namen nicht mehr genau Wo alle zusammenarbeiten Äh, ist im Endeffekt auch in Serienform Ist das halt alles möglich Hast du aber, hast du aber Ero Hast du aber Ero schon im Kinofilm gesehen? Nee Bist er? Ja Das ist der Punkt Das sind ja zwei Paar Schuhe, ja Genau, jedes Unternehmen arbeitet quasi für, für sich, ja Du musst das, äh, ne Und wenn jetzt, äh Oh, jetzt kackt schon wieder TeamSpeak ab Ich pack's nicht Ich pack's nicht Was ist denn das hier? Ah Unglaublich Mach ich wieder, mach ich wieder Skype Dann hört da Tiberius mich wieder nicht Das ist heute ein Tag, ne Unglaublich Unglaublich So, da ist er wieder, ne Ein Lob auf die Technik Und, und da sehe ich halt wirklich diese Probleme, ne Mhm Dass da eben die Firmen zu sehr darauf fixiert sind Diese einzelnen Unternehmen innerhalb eines Großkonzerns Zu sehr darauf fixiert sind Ihre eigene Buchhaltung sauber zu halten Ja Ihre eigenen Umsätze Da fehlt ein bisschen der Mut, in neue Wege zu gehen Mhm, genau, sehe ich auch so Ja, da fehlt definitiv, äh, die sind alle Man könnte schon fast sagen Die sind so deutsch Die Deutschen sind ja bekannt Am besten ums Haus Einen riesengroßen Zaun drumrum Und da sind sie glücklich Und so hat man auch ein bisschen das Gefühl Mit den, äh, mit den, mit den Filmstudios Dass die am besten alles nur ihr eigenes Ding Und ja nix von irgendwas anderes reinfuschen Ähm, aber splitten die Lizenzen so auf Das ist dann nicht Ich muss aber, muss aber ehrlich sagen Ich kann die Faszination hinter Crossover, äh, nicht so ganz nachvollziehen Ich finde Es ist ein Mittel, wenn es ganz selten mal dezent eingesetzt wird Dann kommt's gut Aber es gab jetzt mal die Zeit, wo es richtig modern war Dass jeder unbedingt mit jedem ein Crossover machen musste Und wo sehr, sehr viel was in dem Bereich eben wirklich entstanden ist Und in der Masse bin ich irgendwie so gar nicht mehr so richtig geistert Davon dann lieber was Eigenständiges Was vielleicht mal so eine Randberührung mit was anderem Bekannten hat Äh, grundsätzlich sollten, ja, grundsätzlich sollten solche Crossover, ähm, Highlights sein Und das war halt so die Idee, dass im Prinzip man die Kinofilme als Highlight nehmen könnte Ähm, es hat den großen Vorteil, es, jedes Jahr hat seine eigenen Fans Und dadurch werden diese Fans mal alle in einem Film gebündelt Gleichzeitig macht's aber auch gefühlt das ganze Universum größer Vorher hat man immer, zum Beispiel bisher, man hat sein Schiff Das Spiel, man hat das Gefühl, dass nur so ein Licht ja um das Schiff rum alles sich abspielt Aber, ähm, wenn da so ein Crossover ist, merkt man, oh, das andere kommt ja, das spielt ja auch Also, das macht plötzlich alles viel, viel gewaltiger und größer Ähm, ich könnte mir zum Beispiel jetzt beim Avengers Infinity War jetzt auch nicht vorstellen Wie man Guardians of the Galaxy mit Iron Man zum Beispiel zusammenbringt Das sind für mich irgendwie vom Style her zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe Ich hab den Film noch nicht gesehen Aber, ähm, das macht ja auch so Und ich, wie, 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 du verstehst Wie verbindet sich das alles? Ja, ja, ja Ähm, aber das war Das ist ja eben immer die Gefahr auch bei einem Crossover Dass es irgendwo zu konstruiert, zu gezwungen wirkt Dass man genau merkt, okay, die wollten das unbedingt verbinden Und haben jetzt auf Krampf da eine Story dazu gezimmert Hier wurde übrigens schon Das ist halt Hier wurde übrigens schon deine Sammlung gelobt, Reinhard, im Hintergrund Das ist, ja Ein kleiner Teil Das sind diese aussortierten Sachen, die wegschmissen werden Ja, es ist, wenn du mal guckst, man sieht ja, dass die Sachen alle doppelt stehen Weil das Zimmer zu klein ist Ich weiß aber, dass beim Tiberius mindestens genauso eine große Sammlung steht Ja, ja Nur halt auf der anderen Seite der Kamera Genau Jetzt sitzt der gerade in 10 vorne So, dass es bei mir halt mehr Bücher sind Ja, die Filme alle zusammen Also jetzt nur die Filme ohne Serien Liegt so bei 1, 4, 1, 5 Ich glaube übrigens, Teamspeak spinnt heute deshalb so Es hat ja heute ein Update gemacht Wahrscheinlich ist das Update nicht so flüssig oder verdreht sich mit irgendwas nicht Ja, bei mir hat es mir auch vorhin ein Update reingezwungen Was mich erstmal auch dazu gezwungen hat Mich zu registrieren und ein Teamspeak-Konto zu erstellen Da war ich auch etwas passiert Ja gut, die haben mir das irgendwann eingerichtet Damit man so Sachen, die Identität nicht mehr machen muss Sondern es läuft dann über Accounts Aber anderes Thema Worum ich eigentlich gehen wollte mit diesem Cinematic Universe Ich wollte nur mal erklären Für die, die mit dem Begriff nichts anfangen können Und die entsprechende Triple Talk Folge noch nicht geschaut haben Genau Ihr könnt gerne mal auf tripletalk.com gehen Da könnt ihr mal zurückspitchen Die heißt auch Star Trek Cinematic Universe Da könnt ihr nochmal die Folge anschauen Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus kommen Weil auch dieser Bericht mir sofort gezeigt hatte Dass diese ganzen Gespräche, die im Vordergrund waren Star Trek, soll man Cinematic Universe machen? Ja, nein Da eigentlich bestätigt worden sind Dass die gewagt haben, diesen Schritt zu gehen Grundsätzlich an euch beide Findet ihr das gut, dass man sagt Man nimmt Star Trek nicht mehr nur noch Und nimmt sich jedes Schiff und packt jedes eine eigene Serie Aber ansonsten ja keine Zwischeneinanderberührungen Nur ganz wenig wie möglich Oder sagt ihr, so ein Cinematic Universe würdet ihr begrüßen? Bevor wir antworten Darf ich ganz kurz jemanden grüßen? Ich hab gesehen, meine Cousine hat gerade eingeschaltet Und nur kurz zur Erklärung Wir haben uns über 30 Jahre nicht gesehen Ah Und haben den Kontakt erst vor kurzem wieder aufgenommen Hallo Birgit Also da, da ran Da hat sich ja schon mal gelohnt, dass du die Kamera gekauft hast Das noch Aber die kommt eh weit zu Na dann passt's ja Vielen Dank So viel Zeit mitbringen Da gibt's genug Bücher zum Lesen So, cool Teamspeak ist wieder abgeschmiert Ach, ich pack's nicht Es gab vorhin schon die Frage, warum wir nicht Discord nehmen Ähm Nicht jeder hat alles Und ähm Deswegen Ist das immer Ist allgemein Wenn man Streams macht mit mehreren Leuten Ist es immer schwierig Nicht überhaupt eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage zu finden Auch auf Softwarebasis Die einen haben das Die anderen haben das Ähm Entschuldigung Teamspeak ist wieder abgeschmiert Ich erklär nur gerade, warum wir nicht Noch mehr Möglichkeiten haben zum Gesprächen Ähm Nicht jeder hat zum Beispiel Skyped Damit fängt's schon mal an Ähm Teamspeak war ich schon froh, dass es Reinhard hat Ähm Discord müssen wir auch erst wieder einen Account machen Und das ist alles irgendwann eine Zeitsache Deswegen, ähm Ich denke mal, heute spinnt einfach Teamspeak mit Teamspeak zwingt ja einen auch immer mit Updates Das ist immer so schlimm Doran Ja Ähm Erstens haben wir gerade irgendwie mächtig gewaltig einen Sprung drin gehabt Hier in der Unterhaltung Und zum Zweiten warst du gerade zweimal im Teamspeak Und bist jetzt mit Zoran TLP1 Ne, du bist jetzt mit Zoran TLP1 drin Ja, ich weiß Der Null hatte gerade einen Disconnect Ja Weil ich schon gemerkt habe, dass das Teamspeak wieder abgeschmiert ist Und wenn ich relativ schnell dann wieder reingehe Dauert das, bis der andere sich wieder disconnectet Und deswegen hab ich den einen Zitten an, weil der andere noch drin war Hab man davor jetzt aber auch Das war bei Teamspeak Ist bei Teamspeak immer schon so gewesen Naja Das ist heute, heute, könnt Okay, weiter Aber es läuft Passiv Es läuft, ja Also gut, um auf deine Unglaublich Unglaublich Heute, was Jetzt probieren wir mal was anderes Ähm, ich probiere jetzt was Ich probiere jetzt was Ähm Ich hab mittlerweile schon so oft Teamspeak hier Mich wundert auch, dass ich den Ein Teamspeak in den Taskmanager unten drin habe Ich den aber nicht mal wegklicken kann Ich probiere jetzt was Ich versuche jetzt Ich versuche jetzt Discord an den Reinhardt zu bringen Und dann können wir mal was anderes versuchen Discord Ähm Warte mal Ich mach das anders Ähm So Teamspeak will Spinnt einfach massiv Ähm Reinhardt Ich würde dich mal dazu bitten Discord zu machen Du kriegst von mir einen Link Und ähm Keine Panik Es ist keine große Aktion Du musst es eigentlich theoretisch nicht mal installieren Das läuft über den Browser Wir müssen trotzdem nur schauen, dass es läuft Wie gesagt, bei Skype hört mich der Tiberius nicht Bei Teamspeak schmiert ständig ab Heute, ne Heute Äh, wo haben wir es jetzt hier Äh Wo haben wir denn jetzt hier nochmal Dingens Wo war denn noch mal ein Ah, Marco So Ich höre dich auf beiden Ich höre dich auch auf Skype sehr gut Also Ja, aber der Tiberius hört mich nicht mehr Tiberius, hast du mich auf Skype? Tiberius, scherze mal Skype an Hörst du den, Marco? Äh Wo war denn hier Na gut Dann schicken wir mal den Link Ach, wie schade Das waren wir gerade so schön drin Ja, das ist echt schlimm, ne Deswegen Ähm Kein Limit Generieren Neuen Link Kopieren So, ich tue es hier in Skype reinschreiben Ähm Klick mal drauf Da wirst du gefragt, ob du dich registrieren willst Einfach nur Benutzernamen Und so ein Kack Und dann kannst du Dann kommst du auf den Surfer Ähm Und dann versuchen wir nochmal da ein Gespräch Ich werde mal Teamstück ausmachen, ja Mhm Also entschuldige nochmal an die Zuschauer Mir wäre es auch lieber, wenn das heute einfach mal ohne technische Probleme laufen wird Aber heute ist so massiv der Wurm drin Aber richtig Ich bin ja zumindest froh Was ist es jetzt hier? So, ich bin jetzt als Ich gehe gerade als Great Sci-Fi rein, ne Er lädt und lädt So Ich tue zumindest mal hier Äh Freund hinzufügen Ich hab dir mal eine Freundesanfrage geschickt Ja Die App lädt, aber Das kauft bis jetzt noch immer Ja, manchmal dauert das ein bisschen Und jetzt Jetzt Spinnt gerade schon wieder der Twitch-Stream Ich reile es nicht Was, was, was Zickt da jetzt wieder rum? Oh Das ist echt Scheiße Ja Also Es startet bei mir nicht Muss ich dir sagen Immer noch nicht Unglaublich Das ist die Ah, jetzt Die Show mit den meisten Problemen, die ich jemals hatte Und ich hab dir, wenn du oben links dann auf diesen Button gehst Dann kommst du dann auf Freunde Dann müsstest du dann auch aufstehende Freundesanfragen kommen können Er Er verbindet noch Er steht noch auf Verbinden Dreht sich noch der Kopf Es kann immer sein, dass beim ersten Mal das ein bisschen dauert Weil du das erste Mal auch auf den Server kommst Aber mir spinnt auch gerade der Twitch-Stream Keine Ahnung, was da schon wieder spinnt Ich lade aber auch nichts runter oder so Oh Also ich weiß nicht, ob das auch normal ist Ich sehe euch auch alle nur noch als Standbild In unserem Nö, also ich sehe euch komplett Aha Ich Ach, jetzt muss ich eine E-Mail-Adresse muss ich auch noch angeben Oh je, oh je Also wie gesagt, wir suchen uns gerade mal noch Weil die Bär Also wo auch immer ihr miteinander redet Ich höre irgendwie gar nichts Wir gehen auf Discord Ach Leute Nö, das ist echt, das ist richtig, richtig nervig Die Technik Hey, was auch immer ihr gemacht habt Ich höre euch im Skype auf einmal Was? Ehrlich jetzt? Ja, jetzt höre ich euch im Skype Irgendjemand von euch hat irgendwas gemacht? Nö, außer dass ich was geschrieben habe Ich habe mich nur bei Discord angemeldet Und äh Ja, das habe ich gesehen Okay, dann fassen wir jetzt nichts an Wir bleiben jetzt bei Skype Wir fassen nichts mehr an Okay So Dann bleiben wir jetzt hier Es ist zwar nicht schön Aber es ist besser als gar nichts Das einzige Problem, was ich habe jetzt, wo Teamspeak aus ist Ähm, spinnt der Stream bei Twitch wieder ohne Ende? Weil Teamspeak aus ist und die Leitung nicht frequentiert Alter Ich, heute, ne Technik, die begeistert Aber sowas von richtig Manche schreiben, ich habe, ähm Ich habe hier Mein Modemachtupdate, nene Das habe ich heute erst geupdatet Ähm Vor allem der 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 Twitch Stream läuft flüssig Das ist immer der Ich meine, der Facebook-Stream läuft flüssig Nur der Twitch zickt rum Die lief jetzt die ganze Zeit durch Und jetzt geht der von 2, von 3.000 Kilobits runter auf 900 Und ich habe Frame-Losses, äh, in Tausenden-Bereich Also manche schreiben auch Was sollte Ähm, selbst wenn ich streame, ja Das hat ja mit Download selber nichts zu tun Aber ob es jetzt natürlich als Windows ein Update macht, weiß ich auch nicht Aber es spinnt allgemein Vielleicht zickt auch einfach das Twitch, äh, das Teamspeak dazwischen Weil ich habe auch dieses Dieses Symbol noch hier drin, ne Was einfach nicht Ähm Unglaublich Warte mal, ich gucke gerade mal, ob ich ein paar Sachen da hier einfach mal beenden kann Ähm Einfach für den Fall, dass die vielleicht irgendwie dazwischen fuchsen Ja, ist halt auch ungünstig Dass heute ausgerechnet Skype und Teamspeak noch die Updates reingedrückt haben Aber auch alles, ne Ja, und dass gerade Skype, äh, Updates nicht immer sofort funktionieren Haben wir ja leider auch öfter Ja, also wie gesagt Ich, ich, ich such schon Eigentlich ist alles deaktiviert, was irgendwie im Hintergrund Das ist ja nicht mal Leistung Leistung ist es nicht Das ist wenn dann nur Netz Und Netz ist eigentlich momentan überhaupt nichts Außer das bisschen, was ich sowieso streame Ich gucke gerade mal ganz kurz Also das richte mich gerade echt auf Ja, äh, ich hab auch schon wieder Kreisel TV auf Twitch Ja, es ist Und MrStocki schreibt doch gerade Twitch ist heute den ganzen Tag schon am Mobbern Gerade bei uns Streamern Ah, das ist aber auch echt schlimm Deswegen, ich poste noch einmal Ähm, hab ich doch vorhin nochmal gepostet gehabt Den Link zu Facebook Ich werde, glaube ich, das nächste Mal Wieder so machen, dass ich, ähm Oh, Jane Knopf, Dankeschön für den Abo Hab ich gar nicht Ich hab die Alerts aus beim Ding Ich gucke gerade hier, ähm Nochmal den Link zum Facebook-Stream Den, ach, muss ich doch nochmal so suchen Dass ich einfach nochmal, für die Twitch-Leute Geht auf Facebook Ich glaube, einen Facebook-Stream kann man sogar, glaube ich Ohne Facebook-Account sehen War das nicht sogar so? Ich glaube, ja Zumindest kann man auf die meisten Seiten Und deren Funktionen zugreifen Also es kann vielleicht höchstens sein Dass man nicht schreiben kann Aber der Twitch-Chat scheint zu funktionieren Das heißt, schreiben könnt ihr trotzdem noch parallel im Twitch-Chat Ich tue nochmal ganz kurz den Link mir erholen Von dem Stream selber Meisten Seiten und deren Funktionen zugreifen Also es kann vielleicht höchstens sein Dass man nicht schreiben kann Aber der Twitch-Chat scheint zu funktionieren Ja, aber heute ist echt verrückt Also so geballt habe ich es, glaube ich, auch noch nicht erlebt Massiv, aber richtig massiv Also ich tue nochmal da hier den Link zum Facebook-Stream nochmal Weil da läuft es echt flüssig durch Nochmal reinpacken Da könnt ihr nochmal ausweichen notfalls Und, ähm Keine Ahnung, was das hier ist Heute ist echt sowas von übelst der Wurm drin Mich stört aber auch, dass du bei Wie gesagt, so schön im Thema Ja, das ist ja gerade das Schlimme Aber zumindest hören wir uns jetzt permanent Aber es bringt nichts, wenn die Zuschauer jetzt nichts mehr mitkriegen Naja So, also wie gesagt, den Twitch ist es gar nicht mal die Leistung Wenn Twitch die Leistung reduziert Hätte ich nicht schon von OBS aus die Probleme Das machen die dann von sich aus Das geht bei mir schon zum Twitch hin schon mit Problemen Manche schreiben, dass die mich hören Und dass es trotzdem noch läuft Ähm Facebook ist Standbild Nö, da lieg's jetzt durch Ich Nee, Facebook hab ich immer wieder Puffern Also ich hab definitiv noch Puffer Was senden angeht Noch definitiv noch einen Puffer nach oben Das sollte es nicht sein Ähm Ich würde höchstens mal was versuchen Dann seht ihr mich aber nicht mehr in Skype Ich versuch's einfach mal Ich tue mal meine Kammer ausschalten Sonst sende ich mich an drei Quellen Ich tue mal eine ausschalten Indem ich Skype meine Kammer deaktivier Ihr hört mich ja immer noch Es kann nur sein, dass du dich jetzt im Stream Alles ein bisschen verzerrt ist Ja, aber es geht noch Es geht noch Dafür seh ich jetzt Tiberius in voller Schönheit Ist ja auch gut Aber wie Ne, ich kann jetzt Ich tu das nochmal ganz kurz neu einstellen Dann sieht man das auch wieder So Ach, das ist heute echt Unglaublich, der Wurm Vor allem das sind ja Settings Die hat man einmal Aber das ist immer das, was den Leuten sagen Die streamen Es gibt keine goldene Regel Es wird einfach Jeder Stream ist anders Das ist so schrecklich Aber weißt du was krass ist? Der, die Webcam zu Skype Verbraucht fast doppelt so viel Leistung Wie meine beiden Streams zusammen Okay Unglaublich Du müsstest im Stream noch nachkorrigieren Weil jetzt dadurch, dass du rausgefallen bist Die Fenster ein bisschen verschoben sind Hab ich gerade gemacht Ne, geht schon Geht schon Achso Geht schon wieder Okay, weil auf Twitch seh ich's noch Also anscheinend ist es wirklich so Dass Wirklich, weil Ich hab grad gemerkt Mein Upload ging so massiv runter Durch das, dass ich bei Skype Die Webcam ausgemacht habe Und die frisst mehr als meine beiden Live-Streams zusammen Und jetzt hat sich auch Jetzt hat sich auch Der Stream stabilisiert Unglaublich Das ist erst Aber bei mir ist ja auch Beispielsweise dieses Ruckeln In der Webcam drin Wo ich jetzt schon geschaut hab Woran das fliegen Okay Also du bist deutlich flüssiger bei mir Super Technik, die begeistert So Ich glaub ich Den benenn schon mal die Show um Tiberius, du bist wieder unten Was bin ich? Du sitzt jetzt wieder anders Ich hab grad mal rausgesoomt Weil du im Stream noch reingesoomt hattest Aber jetzt sitzt du Ja, aber jetzt sitzt du bei mir unten An der Du kiefst mir an der Kante Ja, warte Dann mach ich mal Das andere war schon okay Das andere war schon okay Ich hab jetzt meinen Stuhl wieder höher gemacht Den ich ja für dich extra runter gemacht hab Okay, dann muss ich dich noch einstellen Ach Gott Du sitzt halt voll Du nagst halt voll bei mir unten am Dings Warte mal Ja, das Ich weiß jetzt Für dich wieder gefunden Ja, jetzt Warte mal Ich muss halt nur zwei OBS Einstellen, das ist das Nervige So Äh Welche ist das jetzt? Ja Es geht gleich weiter Meine Damen und Herren Diese nachfolgende Sendung verschiebt sich um Ein paar Minuten Aber dafür Dafür ist die Sendung live So Aber jetzt können wir langsam weitermachen Wo sind wir stehen Wo sind wir stehen geblieben? Wo sind wir stehen geblieben? Extended Universe Du hast uns Ja, unsere Meinung gefragt Cinematic Universe Genau Oder so Ähm, also wie gesagt Ich hatte ja mit diesem Thema Dass natürlich die Serien sich in einem Film treffen könnten Hier nur als Beispiel erklärt Was überhaupt ein Cinematic Universe ist Ob das jetzt natürlich dann auch so umgesetzt werden kann Darf, soll, wird Ist natürlich immer noch die Frage Aber es Es tut ja auch noch mehr eröffnen Und zwar Dass wir jetzt Serien nehmen können Die in einer Nicht nur auf dem Schiff spielen Sondern wir können jetzt eine Serie nehmen Die Weg geht von diesen Ich sag Wie soll ich das jetzt nennen Star Trek ist ja eigentlich ein Sci-Fi-Drama Ne? Mh Jein Es hat auch die Aspekte davon Ja Ähm Es Aber ich glaube grundsätzlich war es immer als Drama gerechnet Ähm Es können Eigentlich Nicht Ursprünglich Aber Ich könnte schwören Ich habe mir irgendwo gelesen Dass es als Drama Zumindest die Kinofilme teilweise als Drama laufen Naja Du musst Wenn du jetzt TOS die anguckst Äh Da gibt es ja diesen Guten alten Satz Den man Äh Immer wieder liest Dass Star Trek als Äh Wagon Track to the Stars Mhm Konzipiert wurde Von Roddenberry Äh Mit dem Hintergrund Dass eben Als er sich die Serie ausgedacht hat Western Serien Unglaublich beliebt waren Und Insofern schon der Abenteuer Aspekt Äh Ein Stück weit im Vordergrund stehen Zumindest bei TOS Ja TOS definitiv Ja genau Da war es mehr so der Action Abenteuer Film Äh Serie meine ich Aber Spätestens ab TNG hat man mehr das Gefühl gehabt Auch dass es ruhiger geworden ist Und mehr so auf Auf Weniger Cowboy Mehr auf Auf Diplomatie Story Gefühl Sag ich mal Und auf TNG trifft dieses Thema Drama schon wieder eher zu Zum Beispiel Bei DS9 auch wieder weniger Da ist Ab der bestimmten Staffel schon wieder mehr Action Staffel 4 ja Ähm Also ich finde eigentlich immer Dass Ab TNG Star Trek Sowohl was von der Äh Von der Soap Als auch von der Abenteuerserie Als auch was von einem Drama hatte Äh Eigentlich lässt sich finde ich Äh Das Konzept so Äh Gar nicht einordnen Ja Schwierig Space Opera Es ist eigentlich alles Alles drin Äh Vielleicht trifft es am besten Wenn man sagt Familienserie Ja Sci-Fi Familienserie Das passt eigentlich ganz gut Äh Es ist halt was Neues Man hat sich So ein bisschen überall an Elementen bedient Wo man eben dachte Dass es gut reinpasst dabei Und ja So an sich Ich würde es jetzt Nicht unbedingt definieren wollen Sagen wir es mal so Auf jeden Fall Äh Wollte ich auch noch sagen Dass man im Endeffekt Ähm Durch diese Geschichte Ähm Siehst du jetzt fällt mir Ich fang schon wieder Aber fällt mir gerade ein Wahrscheinlich kackt auch Deswegen TeamSpeak ab Weil sie Connect verloren hat Weil die Webcam In Skype zusätzlich noch Naja egal Auf jeden Fall Äh Auf jeden Fall Ähm Äh Man wirklich ist halt auch Ganz ganz andere Serien Die man von Star Trek gewöhnt ist Es muss ja zum Wie gesagt Es muss ja nicht das Thema sein Äh auf dem Schiff oder Station Und erforschen Sondern es könnte zum Beispiel Auch eine Serie im Ähm In der Starfleet In der Sternflottenakademie sein Die vielleicht auch mehr Auf jüngere Ähm Zuschauer geht Jetzt nicht unbedingt Sowas wie eine Hannah Montana Seifenoper Aber ähm Aber Aber Sagen wir In der Sternflottenakademie Da sind halt grundsätzlich Auch junge Leute drinnen Und junge Leute sprechen Gleichzeitig auch jüngere Zuschauer an Äh Kann ja immer noch Es ist immer eine Frage der Umsetzung Ähm Definitiv Genauso könnte man Äh Sich ganz andere Aspekte Äh Des Star Trek Universums Rausnehmen Sektion 31 Man könnte Äh Die Temporalen Ermittler machen Anschauen Ja zum Beispiel auch sowas Man hätte halt wirklich Unglaublich viel Man könnte auch Auf anderen Planeten Wie zum Beispiel Im Klingonischen Imperium Was ja Wo ja Warfare auch Immer wieder dran ist Äh Konzepte für eine eigene Warfareie reinzubringen Also eine Klingonische Serie Könnte man machen Und so weiter Also grundsätzlich Heißt einfach Cinematic Universe Wir nehmen nicht mal nur ein Schiff Und packen Star Trek drauf Sondern wir nehmen Star Trek Und packen uns etwas aus Star Trek raus Und machen eine Serie draus Weil einfach Ähm Es war ja damals Nicht so geplant Damals war Star Trek Wirklich als Schiff Mit Crew geplant Was durchs All fliegt Und fertig Aber über die Jahre hinweg Ist halt aus Aus diesen Gerade aufgrund Der ganzen Folgen Aufgrund Ähm Dieser ganzen Geschichten Und der verschiedenen Schiffe Und Crews Ist aus Star Trek Hat einfach nicht mal Star Trek die Serie geworden Sondern Star Trek das Universum Und das Universum ist Über die Jahre Und über die Folgen Und über die Filme So groß geworden Und so viel erzählt Gerade Deep Space Nine Wo in Zum Dominion Krieg Wo es nicht mehr Auf der Station gespielt hat Sondern wo wirklich Über die verschiedenen Quadranten Dann kamen Cardassia Romulus Ähm Die ganze Föderation Hat noch mitgespielt Mit den unterschiedlichsten Schiffen Das ist auch nochmal Aufgegriffen worden Übrigens Das ist ja der nächste Aspekt Man muss sich ja Wenn man jetzt Eine Star Trek Serie Produzieren möchte Nicht mehr Wie früher Damals Unbedingt Darauf Oder daran festkrallen Eine Serie Vom Standpunkt Der Föderation Oder der Menschheit Auszubringen Genauso Wäre ja beispielsweise Das Potenzial Eine Serie Was weiß ich Im Klingonischen Imperium Spielen zu lassen Ihr denkt als Altfans Ja Ich weiß Das ist so ein bisschen Verwurzelt Ihr denkt als Altfans Ich fand gerade Marco Was du kurz gesagt hast Du sagtest gerade Eine Star Trek Serie Richtung Hannah Montana Jetzt frage ich mal Warum nicht Jetzt mal ganz ehrlich Wegen der Reaktion Und der Denkweisen Der Altfans Ich sag mal so Hannah Montana Ist auch viel mit Musik Und Gesang Ich sag ja Es ist eine Sache Der Umsetzung Es muss reinpassen In vielen Serien Fand ich Musical-Folgen Am besten Ist jetzt ein bisschen Übertrieben vielleicht Aber grundsätzlich Ich weiß nicht Ob das jetzt hier Als ich hier das erste Mal Zu Gast war Oder bei Leonie Aber irgendwo Habe ich das Thema Schon mal aufgegriffen Und da habe ich schon mal Gesagt Ich finde Star Trek Sollte sich Im ganzen Marketing Bereich Und auch in der Art Wie Serien und Filme Produziert werden Bei Star Wars Ein oder zwei Scheiben Abschneiden Absolut Und da gehört auch Wirklich dazu Dass der Jugendsektor Nicht außerhalb gelassen wird Absolut Da muss ich aber auch sagen Dass zum Beispiel Bei Star Wars Mit The Clone Wars Die Kinderserie Ist jetzt nicht schlecht Sie spielt im Star Wars Universum Und spricht Kinder an Aber die tut jetzt Star Wars nicht schlecht Dastehen lassen Finde ich Nö Im Gegenteil Ich habe es auch gerne geschaut Als etwas älterer Und das ist ja im Endeffekt Was im Artikel hier auch Angesprochen wurde Mit der Option zum Beispiel Animierte Serie Noch dazu entwickeln Und das wäre dann wieder In die Richtung Für die Kinder dann anspricht So wie Taz damals Auch die Kinder angesprochen Und ich fand Taz Eine gute Serie Und ich persönlich Finde es wirklich Eine gute Idee In die CGI Animation Zu gehen Und da wirklich Eine Serie zu kreieren Die vielleicht doch Primär auf Kinder abzielt Wie gesagt Ich habe das irgendwie In irgendeinem Artikel Mal geschrieben Oder hier Oder bei Leonie gesagt Weiß ich nicht mehr Dass es da wirklich Mehr als Zeit wird Dass das echt passiert Dass man sich bei CBS Und auch bei Paramount Wirklich mehr darüber Bewusst wird Dass Tut mir leid Wenn ich das so hart sagen muss Wir Altfans Ein Stück weit Eine aussterbende Spezies sind Ist ja auch so Alleine durch den Zeitlichen Abstand Der bis jetzt So eben drin war Und das ist auch Ein bisschen Mein Ansatzpunkt Weshalb ich mich Über viele Wege Die bei Discovery Gegangen wurden Sehr freue Dass man eben Nicht mehr auf Krampf Versucht An alten Herangehensweisen An eine Star Trek Serie Festzuhalten Sondern tatsächlich Mal neue Wege Dabei geht Ja Ich begrüße es auf jeden Fall Auch Dieses Sich breiter Fächern Und unterschiedliche Bereiche Anzugehen Was ich halt immer Merke Wenn man bei Diskussionen Auf Facebook Oder sonst wo Dieses Thema Mal anspricht Haben immer Gerade Gerade eben Die Altfans Immer das Gefühl Dass wenn Star Trek Drauf steht Muss ich es als Fan Gucken Wenn sie aber Star Trek so breit Fächert Muss man nicht mal Jedes gucken Man kann sich ja Seine Glanzlichter Aus Ich meine Heutzutage Gucken auch Viele nicht gerne DS9 Oder viele mögen Voyager nicht Oder Enterprise Ist so extrem Vom Kanon draußen Deswegen gucken sie es auch nicht Aber trotzdem haben sie es mal Guckt Aber deswegen mögen sie auch Nicht alles Deswegen kann auch Ruhig eine Serie kommen Die man ein bisschen weg Von dem üblichen geht Und vielleicht nicht unbedingt Jeden Den Geschmack vom Altfan Drift aber dafür Geschmack von einem Neufan Wie man schon sagt Star Trek ist eine Familienserie Warum soll auch nicht Was für alle aus der Familie Dabei sein Naja Ja natürlich Aber irgendwo kommt es auch Ein bisschen daraus Dass wir bis jetzt Ein recht begrenztes Kontingent an Star Trek Gleichzeitig auf dem Markt hatten Naja So begrenzt ist das Kontingent mit 624 Folgen Und ich glaube hier nicht Ich meine Das was gleichzeitig Quasi neu war Was gleichzeitig präsent war Wenn man sieht Das was wir jetzt Bisher haben Ist natürlich über die 52 Jahre Geschichte Bis jetzt angesammelt Natürlich ist da dann Einiges Aber das was jetzt halt Oder die Zeit wo jetzt Viel Neues reinkam Die beginnt ja jetzt Erst so wirklich Das waren jetzt die Letzten Kinofilme gewesen Die JJ Filme Die eben neu kamen Und da war halt auch Ein großer Abstand dazwischen Und ein Kinofilm Alleine befriedigt halt Das Bedürfnis Eines Fans Jetzt nur auch nicht Unbedingt über mehrere Jahre Dann halt Ja Also wie gesagt Ich finde die Idee Insgesamt super Ich fand auch den Ansatz Gerade auch Das ist ja irgendwie Schon angedacht worden So eine Sternenflotten Akademie Serie Die wirklich so auf Auf ein Zielpublikum Zwischen 16 und höchstens 29 abzielt Finde ich eine Die Idee hatte man ja Damals schon bei den Büchern Gehabt Dass man da direkt Eine Reihe von Richtig Dass man eine Reihe Von Romanen rausgebracht hatte Deren Zielpublikum Ganz gezielt Auch wirklich Jüngere Leute waren Genau Was man alleine An der Thematik Sternflotten Akademie Eben gemerkt hatte Oder Kadetten eben Was man aber auch Natürlich am Umfang Des Ganzen gemerkt hatte Dadurch dass es wenigstens Kleinere und dünnere Bücher Dann waren Genau Die einzige Romanserie Die es bis jetzt Überhaupt gegeben hat In Heftromanumfang Genau Ja Sehr gute Idee Und auch in der Richtung Sollte CVS unbedingt Meiner Meinung nach Weiter gehen Und es würde sich Vor allem auch Für etwas im Format Einer Miniserie Dann wirklich eignen Das muss ja nichts sein Was dann wieder Über sieben Staffeln Halbbreit gewälzt wird Oder sowas Oder wo jede Folge Dann eine Laufzeit Von 45 Minuten hat Da würde es ja Beispielsweise auch Vollkommen reichen Was weiß ich Zwei, drei Staffeln Jede Folge 20 Minuten Dann hätte das Trotzdem schon Seinen Sinn und Zweck erfüllt Und könnte trotzdem Nicht nur für junge Leute Interessant sein Sondern auch eben Für ältere Fans Auf Twitch Da wird sich CGI Auf Twitch mein Nasenanaboriger Geiler Name Ähm Fragt Und was ist mit Voyager Voyager ist Ich finde so ein Zwischending Es war ein Versuch Auf so eine Auf so eine Durchgehende Handlung Zu machen Hat aber eigentlich DS9 schon Ab der dritten Staffel Auch schon gemacht Mit dem ganzen Dominienkrieg Ähm Hat versucht Einen durchgehenden Handlungsstrang zu machen Aber ist trotzdem Immer noch seinen Folge für Folge Treu geblieben Ähm Nur dass das Grundoberthema Wir wollen nach Hause kommen Ist geblieben Bei ähm Ich sag mal so Was bei Voyager Zum Beispiel gefehlt hat Im Vergleich zu Discovery Sind die ähm Die Cliffhanger am Ende Das war Jede Folge war abgeschlossen Das war zwar immer noch Das große Thema drüber Ab der nächsten Folge Versuchen sie wieder Nach Hause zu kommen Versuchen wieder nach Hause zu kommen Aber jede Folge War abgeschlossen Mit einem fertiges Thema Die haben Problem gestellt Kriegt, haben es gelöst Fertig Und die nächste Folge Hat nicht mehr An dieser Folge Davor drangehangen Bei Discovery Ist es halt dann anders Die haben zwar auch Diesen großen Plot drüber Mit in der ersten Staffel Mit dem Klingonenkrieg Aber die haben halt Jede Folge Ähm Da weitergemacht Wo die andere Folge Davor aufgehört hat Es gab zwar auch Ein paar Ausreißer Zwischendrin Wie zum Beispiel Die Matt-Folge Wo das Schiff Ständig zerstört worden ist Aber sowas muss halt Auch mal sein Aber grundsätzlich War es halt immer so Dass Wie zum Beispiel Das Schiff ist In dem Spiegeluniversum gelandet Hört auf Und geht weiter Das hatten wir in Star Trek Bisher immer nur Bei Staffelwechseln Dass du so sagst Als Cliffhanger am Staffelende Und fängt bei der nächsten Staffel Dann wieder so an Und bei Discovery Hat man es bei nahezu jeder Folge Dritte Staffel Enterprise Durchgehend Bis auf ein paar Bis auf ein paar Füllerfolgen Ist die dritte Staffel Enterprise Durchgehend Ein Plot Ja Also und Im Endeffekt Gibt es bis 9 Ab Staffel 4 Eigentlich auch Also Es gibt immer wieder Flugfüller Aber Gerade so in den letzten Beinen Staffeln Wenn du da mal Zwei Folgen verpasst hast Ja Da bist du raus Ja Also Das ist eigentlich ein Konzept Was schon Seit Ende der 90er Jahre In Star Trek Verfolgt wird Ja Aber Das war aber halt Nie fest Bestandteil der Serie An sich Das ist später mal Dazugekommen Oder es war Immer so angekratzt worden Es war ja auch eine Zeit Wo das schon ein Thema war Aber halt auch in anderen Serien Immer nur versucht wurde Es ist ja auch erst seit Zwischen Enterprise Und jetzt Discovery Hat sie die Serienverhalten So sehr verändert Auch durch Streamingdienste Diese ganzen Serienaufbauten So sehr verändert Also sprich andere Filmemacher Auch CBS CBS macht ja unheimlich viele Serien Die auch unheimlich beliebt sind Hat ja auch Durch seine anderen Serien gelernt Was gut ankommt Und setzt das natürlich Dementsprechend halt auch Dann jetzt bei Star Trek an Ich meine das geht halt Alles mit der Zeit Und vor allem Ist der zeitliche Abstand Zu den bisherigen Serien Auch groß genug Dass man tatsächlich Auch andere Wege Ausprobieren kann Und gehen kann So ich gehe mal ganz kurz In meiner Liste Mit den News weiter Ich habe nämlich noch ein paar Vor mir Und zwar gab es dann Am 05.08. Habe ich hier Eine News gefunden Also sie war Am 05.08. Wo es darum ging Sir Patrick Stewart Kehrt als Captain John Luke BK für eine neue Serie zurück Angefangen hatte das ja damit Das BK angedeutet hat Er hat ja mal wieder einen Grund Das Set von Discovery zu besuchen Da haben wir die großen Spekulationen Schon angefangen Und Ich weiß Ich glaube sinngemäß Hatte er gesagt Dass er jetzt einen Grund Hätte sich Discovery Anzuschauen Irgendwie so Darum ging es glaube ich Ja Grundsätzlich habe ich jetzt Aber eine News gesucht Die finde ich aber nicht Ich weiß echt nicht Ob ich Hallos hatte Und mir das nur eingebildet habe Aber war das nicht sogar so Dass bevor jetzt angekündigt worden ist Dass eine neue Serie Mit John Luke BK rauskommt Also zwischen der Zeit Wo er das gesagt hat Und jetzt die Ankündigung Dass es rauskommt Ob Ah ich sehe gerade Es hat im Parallelhintergrund Immer noch Grafiktreiber Update Also Treiber geladen Jetzt weiß ich was los war Auf jeden Fall Gab es da nicht das Thema Dass dieses Gerücht Sich darauf bezieht Dass BK Die Synchronrolle In einer neuen Animationsserie übernimmt Das war Eine der Möglichkeiten Die viel spekuliert wurde Aber war das nicht Eine bestätigte Wirklichkeit Weil Soweit ich weiß Kam das so zustande Dass es ja erst Die Ankündigung gab Eben Dass es auch Serien und Miniserien Oder neue Serien Und Miniserien Eben geben wird Und dann kam eben Diese Andeutung Von Sir Patrick Stewart Dass er eben Den Grund hätte Sich Discovery Anzuschauen Bis es dann halt Zu der eigentlichen Bestätigung Ja überhaupt Erst dann vor ein paar Wochen eben kam In der dann halt Gesagt wurde Dass er eben In einer neuen See dann eben Eine Rolle Wieder übernehmen wird Als PK Wo auch Wie Mr. Stocke glaube ich Schon richtig Darauf hingewiesen Hat er nicht als Captain Sondern nur als Jean-Luc PK eben Also Es ist nicht gesagt Dass er die Funktion Des Captains Übernimmt Oder sowas Ganz im Gegenteil Ganz im Gegenteil Ganz im Gegenteil Finde ich auch Wichtig zu betonen Weil viele gehen halt Noch davon aus Dass er als Captain Wiederkommen Und das glauben Auch noch sehr viele Wenn man sich Diskussionen in den Facebook-Gruppen Und so anschaut Ich glaube ich muss mal Also In dem Interview In dem Interview Ich habe gerade versucht Ob ich es textlich finde Aber Ich habe hier auf Twitter Nur sein Statement Noch da Im Interview Hat er wirklich gesagt Dass die Serie Und das ist sehr klar Rausgekommen Auch Auf der Ich glaube Las Vegas Hat er ziemlich Deutlich gesagt Dass die Serie 20 Jahre Nach Nemesis Ansetzen wird Und dass wir Ein Captain PK erleben Wie wir ihn So noch nie Erlebt Haben Der Masiv Erlebt Und Den wir halt Wirklich so Überhaupt nicht Kennen Was ja nun Wirklich darauf Schließen lässt Dass er Der Sternflotte Erstmal den Rücken Gekehrt hat Würde ich Gar nicht mal Sagen Mit Rücken Gekehrt Sondern einfach Vielleicht Eingesessener Ist Und vielleicht Nicht wundern An die Zuschauer Ich tue gerade Rainer Behalts Und der Cam Neu einstellen Der saß gerade So Was Ne Weil ich habe Vorhin noch Nachdem ich meine Cam Ausgemacht Ein bisschen verzerrt Du warst zwar dann größer Aber es ging noch Und jetzt hast du Weil du nach unten Guckst So ausgehört Ob du nur deine Augen Gesehen Deswegen habe ich gerade Die Cam noch eingestellt Dass du wieder ein bisschen Weiter draußen bist So Jetzt sitzt du wieder Hübsch im Stream Jetzt bist du wieder Im Stream Warst du auch vorher schon Auf jeden Fall Ich finde es aber auch gut Ich habe dir sein Auftritt Bei Las Vegas Con Heute mal angeschaut Und er hat ja Sehr schnell betont Dass es nicht Der Käpt'n sein wird Wie man ihn kennt Auch schon gar nicht Er hat auch gemeint Er ist logischerweise Nicht mehr als Käpt'n dort Das hat er ganz deutlich betont Und dass seine Erfahrungen Und das Erlebte Ihn geprägt hat Und ihn zu einem neuen Menschen macht Und dass es auch 20 Jahre nach Nemesis spielt Was auch einfach logisch ist Weil die Nemesis Ist auch jetzt ungefähr 20 Jahre her Was auch eine gute Entscheidung ist Das macht einfach Sein Alter auch logischer Wenn du das Oder wenn ihr das Beide gesehen habt Eine Frage von mir dazu Ist es denn Überhaupt bestätigt Dass die Rolle Als Picard Die er da einnehmen wird In diesem Serienkonzept So im Mittelpunkt stehen wird Wie alle gerade eben Von ausgehen Dass es um ihn Sich überhaupt dreht Das ist eine gute Frage Mir kam nämlich Der Gedanke Ja Moment mal Nur weil es heißt Dass er als Jean-Luc Picard Eben zu Star Trek In einer Serie zurückkehren muss Heißt das ja noch nicht mal Dass wir ihn überhaupt Regelmäßig sehen Geschweige denn Dass sich die Serie Um ihn dreht Es kann ja auch sein Dass er zwei, dreimal Die Funktion als Picard Am Rande der Serie Irgendwo erfüllen wird Und das war es dann Ich würde gar nicht mal sagen Dass er zwei, dreimal auftaucht Ich würde erst sagen Dass er einer Der vielen Hauptdarsteller ist Aber nicht im Mittelpunkt steht Also ich Ich denke Für deine Vermutung War die Ankündigung zu groß Ja Da war die Ankündigung Einfach zu groß aufgezogen Der Der Kurzmann ist ja rausgekommen Und hat dann gesagt So Ich habe fantastische Neuigkeiten Also ich So wie ich es jetzt im Kopf habe Übersetze ich es jetzt mal Ich habe fantastische Neuigkeiten Für euch Aber ich bin nicht der Richtige Euch das zu erzählen Ich glaube Das kann jemand anders besser Und dann kam ja Patrick Stewart raus Und das ganze Video dauert ja Siebeneinhalb Minuten Letzten Endes Und erzählt dann Da doch Finde ich eigentlich recht viel Und Ich bin schon der Meinung Dass er eine prominente Rolle Einnehmen wird Nicht unbedingt eine Hauptrolle Aber zumindest eine prominente Eine wiederkehrende Ich finde halt Sein Satz Den er gemeint hat Er ist interessiert Wie seine Reise weitergeht Sagt eigentlich schon aus Dass es was längeres wird Genau Weil so eine Charakterentwicklung Finde ja nicht in drei Vier Folgen statt Sondern er nimmt eine Reise Also er ist halt was Größeres Ja aber trotzdem Klingt es für mich so Als ob wir mit dem Ergebnis Der Reise konfrontiert werden Dass wir damit konfrontiert werden Wie die Figur des Picard Eben diese Charakterentwicklung Durchgemacht hat Und nicht wie er sie durchmacht Also wir werden Für mich klingt es halt so Als ob wir mit dem Picard Mit dem veränderten Picard Durch diese Entwicklung Konfrontiert werden Und nicht diese Entwicklung Erleben werden Ja ich kann euch mal kurz Noch mal Ich habe hier gerade Mein Handy in der Hand Und kann euch noch mal Kurz noch mal dazu Vorlesen Was er selbst geschrieben hat Auf Twitter Ich übersetze es sinngemäß Mal jetzt Ja Es ist deshalb für mich Unerwartet Aber sehr Ansprechend Eine sehr wundervolle Überraschung Dass ich mich selber Darin wiederfinde Als Käpt'n Picard Zurückzukehren Und neue Dimensionen Mit ihm Zu erleben Neue Ein neues Leben Mit ihm zu entdecken Zu einem Zeitpunkt Als ich dachte Das Leben Ist vorbei Also ich finde schon Dass das sehr starke Worte sind Die für mich schon Echt darauf schließen lassen Dass er da nicht einfach Nur ein zweimal auftaucht Ja Im Prinzip lässt die Die Picard Folge Serie Die kommende Die besetzt ja nur Angekündigt wurde Als Picard Serie Lässt momentan Extrem viel Spekulation Möglichen Einerseits hast du Natürlich die Leute Die sich wünschen Dass einfach Einfach Wieder Sprichwörtlich TNG zurückkommen Was aber einfach Nicht passieren wird Und natürlich auch Andererseits Die Spekulation Wie Was setzt man um Es ist 20 Jahre her Der letzte Film Und die Serie Noch viel länger Und er sagte selber schon Es wird ein anderer Picard sein Was ja auch logisch Nach 20 Jahren Was passiert dazwischen Es kann doch genauso gut sein Dass er schon lange Im Ruhestand ist Auf seiner Weinberg Ranch da ist Eine Weindinge anbaut Oder in seiner Funktion Als Botschafter Der französische Ranch In Frankreich Ist sein Wein anbaut Und dass vielleicht Irgendwas passiert Wodurch er halt wieder Zurückkommt Und irgendwie Vielleicht kommt auch Das Thema Borg Wieder zur Geltung Oder keine Ahnung Irgendwas Wodurch er Doch ich denke mal Das Thema Borg Wird für den Charakter Picard nie ein Ende haben Vielleicht ist er ja auch Nicht mal Sternflottenoffizier Vielleicht geht er auch Ehr eine private Reise Wodurch Er muss ja noch nicht mal Offizier sein Wie gesagt Die Botschafterfunktion Stand ihm ja auch sehr gut Was man Was man auch Was man finde ich Auf jeden Fall sagen kann Patrick Stewart ist ein Charakterdarsteller Ja übelst Richtig gut Ich würde gerne noch mal Das aufgreifen Was du meintest Mit Dafür war die Ankündigung Zu groß Dass er bloß eine Nebenrolle Oder bloß Gelegentlich eben Auftaucht Das macht mich persönlich Ein kleines bisschen Skeptisch Oder das sehe ich Ein bisschen anders Ich finde es ist Einerseits schon mal Eine Sensation Wenn überhaupt Einer der alten Also der wirklich Alten Und würdevollen Eingesessen Wie auch immer Star Trek Schauspieler In einem höheren Alter Überhaupt noch Sich dazu bereit erklärt Wieder Star Trek Zu machen Und ich finde Schon alleine deshalb Wäre es auch Eine große Ankündigung In dem Stil Eben wert Wenn er denn Beispielsweise Nur zwei, drei, vier, fünf Mal auf dem Rande Eben auftauchen würde Überhaupt Weil das hätte schon Eine gewisse Größenordnung dabei Und zum anderen Ist es halt auch Die Frage Wer an Schauspielern Noch dazu kommt Nehmen wir mal an Star Trek bedient sich Ja immer wieder Wie wir auch jetzt Bei den neuen Discovery Schauspielern sehen Star Trek bedient sich Immer wieder gern Bei unbekannten Schauspielern Haben wir jetzt Beim neuen Spock Darsteller Beispielsweise gesehen Auf den ihr vielleicht Auch noch zu sprechen Und nehmen wir mal an Es wäre jetzt halt Für diese Serie Dass ein komplett Neuer Cast Mit unbekannten Schauspielern Zusammengestellt werden Wurde Und dann wäre Patrick Stewart Mit seiner Bedeutung Für Star Trek Und mit seiner Bedeutung Als Schauspieler Überhaupt In seinem Alter Jetzt dabei Dann wäre das Trotzdem auch Eigentlich eine Große Ankündigung Warum sollte er dann Aber warum sollte er dann Seit über einem halben Jahr Mit dem Produktionsteam Zusammensitzen Und den Plot erarbeiten Das passt nicht zum Interview Also die Arbeit Würde Wäre unnötig Wenn die keine prominente Rolle Einnehmen würde Weil das ist auch Teil Teil dieses Diese Ankündigung Auf der Las Vegas Con Gewesen Wo er also eindeutig Gesagt hat Die sitzen seit etwa Jetzt einem halben Jahr Zusammen mit Alex Kurzman Und den Autoren Und erarbeiten Gerade halt Den Plot Sie haben ein Grundgerüst Erstellt Wo man schon ungefähr weiß Wohin die Reise gehen soll Aber wenn Patrick Stewart Da so intensiv Als Schauspieler Involviert ist Dann gehe ich stark davon aus Dass da mehr ist Als so eine kleine Nebenrolle Versteht mich bitte nicht falsch Ich würde es mir natürlich auch wünschen Aber meine Sorge ist natürlich Dass man sich aufgrund der Ankündigung Und aufgrund der Tatsache an sich Erstmal zu viele Hoffnungen macht Und es als Größeres erwartet Als dann im Endeffekt kommt Das ist halt so ein bisschen Meine Befürchtung dabei Dass man zu schnell Das Ganze schon in Bahnen denkt Und dann im Endeffekt Vielleicht enttäuscht ist Weil die nicht umgesetzt werden Ich glaube das Problem Hat jede Star Trek Serie momentan Das hat er auch Discovery gehabt Jedes Star Trek Projekt Wird momentan In die alten Schubladen Gesteckt von den Fans Und wenn es dann diese Erwartungen Nicht erfüllt Egal in welchem Bereich Egal ob es optisch ist Im Handlungsstrang oder sonst was Wenn es die Erwartungen Nicht erfüllt ist Dann gleich Ich will jetzt nicht sagen Mimimi-Mikros Aber die Diskussion fang an Ich finde es gut Dass auch PK als Schauspieler Mal richtig rausgeholt wird Er ist ein spitzen Schauspieler Und wenn er Der hat auch In der Motiven-Ski-Folgen gehabt Wurde richtig erkannt Das war so ein guter Schauspieler Dass er so richtige Glanzlichter an Folgen gehabt Natürlich Und dass er Jetzt mal in dem Mittelpunkt ist Und das mal richtig ausleben kann In einer modernen Serie Die auch viel mehr möglich lässt Als damals Finde ich richtig gut Was ich halt an der Möglichkeit An der PK-Serie gut finde Dass die Wahrscheinlichkeit Dass Gastauftritte Wie von Geordi Riker Troy und so weiter Extrem groß sind Sie müssen nicht unbedingt Als Hauptdarsteller drin sein Aber ich finde halt Dass so Sachen Die TNG-Gru So nach und nach Immer wieder mal Ein bisschen zusammenkommt Allein so eine Vorstellung Finde ich schon geil Ja natürlich Gerade Das ist ja auch so eine Sache Als Fan von Star Trek Wünscht man sich Oder freut man sich Natürlich immer Wenn man irgendwas Bekanntes sieht Und auch Produzenten Von Serien Wissen das Und versuchen das Immer wieder Dann reinzubringen Bei Discovery Fand ich es jetzt Persönlich Für mich schon wieder Zu übertrieben Für mich hätte es Jetzt nicht sein müssen Beispielsweise Dass überhaupt Die Enterprise Zu sehen ist Geschweige denn Die Handlung Damit verknüpft wird Aber es ist halt Was wo sich viele Drüber freuen Was viele gerne Sehen würden Weil sie eben Das alte wirklich Mögen dabei Und auch da Bietet es natürlich Das Potenzial dafür Aber trotzdem Würde ich mich halt Genauso auch Drüber freuen Wenn man halt Wirklich auf was Kompletten Neues geht Vielleicht auch ein Komplett anderes Konzept Andere Handlung Oder andere Herangehensweise An die Handlung Und dann einfach Das konsequent Umsetzt Ja Also ich glaube Dass das auch passiert Also ich spekuliere Jetzt Wir spekulieren Ja eh die ganze Zeit Dafür sind wir ja da Bleibt uns Ja nichts anderes übrig Also ich Persönlich würde mich Null wundern Wenn das A mit dem PK Eine Miniserie wird Also Im Gegenteil Das habe ich sogar Eigentlich so Verstanden Für mich Ja gut Wie gesagt Es wird ja nicht Deutlich gesagt Aber 6 bis 10 Teile Vielleicht sowas Um den Dreh rum Ich finde auch Weil das ist ja auch Bei uns in der großen Star Trek Gruppe Und auch in der kleinen Gruppe von Leonie Hays mit Schon diskutiert worden Und wir haben ja Eine kleine PK Gruppe Auch da Wo es nur um Diese PK Serie geht Ich denke man sollte Sich wirklich von Den Gedanken verabschieden Dass da ein Reboot Passiert Du darfst Du darfst übrigens auch Ganz gerne mal die Links Zu den Gruppen Mal hier in den Chat Posten Kannst du gerne machen Ja mache ich Das klappt aber gerade Nicht gut bei mir Wegen meiner Internetverbindung Mache ich gleich gerne Noch alles Aber wenn ich schon Dabeide bin Möchte ich mal den Mike Henning grüßen Guter Bekannter Aus der Star Trek Gruppe Mit dem ich immer sehr Sehr gerne Kontakt habe Macht immer sehr viel Spaß Der immer sehr gut informiert ist Hallo Mike Hallo Mike Auch von mir Schöne Grüße Also nur mal nebenbei Also ich finde von Von diesen Gedanken Und da stimme ich Tiberius absolut zu Da sollten wir uns Echt verabschieden von Ich glaube das wird es In der Form nicht geben Ich glaube das wird Wirklich eine Geschichte Um vielleicht um Oder mit PK Ich glaube eher um PK Die wirklich etwas ist Wo vielleicht sogar Der ein oder andere Fan Sagt naja das ist mir Irgendwie zu langweilig Und zu dramatisch Ich würde mich drauf freuen Es wird definitiv Seine Leute haben Die A vielleicht enttäuscht werden Dass es nicht so ist Wie erwartet Dann dementsprechend Halt auch nicht so ist Wie sie es gerne hätten Und dementsprechend Auch nicht gerne sehen Aber es wird definitiv Auch seine Seine Fans haben Wie jede Serie Ich bin auf jeden Fall Extrem offen Was das angeht Was nicht heißen muss Dass mir die Serie Zum Schluss gefällt Muss ja auch nicht Ja Auf jeden Fall Habe ich einen Artikel Gerade eben von Moviepilot gefunden Die gehen etwas genauer Auf die neuen Serien Schrägstrich Miniserien ein Was so Wohl von Andeutungen Der Produzenten Und sowas Eben entnommen wurde Genaue Quellen Wo sie das jetzt her haben Finde ich jetzt Allerdings nicht dabei Also die Rufen sich jetzt nicht Wo sie die Information Jetzt genau her haben Was mich auch ein bisschen Skeptisch dabei stimmt Aber sie schreiben Explizit Dass die Serie Mit Patrick Stewart Aktuell intern Als Reboot Bezeichnet wird Als Arbeitstitel Mhm Finde ich persönlich Schon mal Recht interessant Wer hat das geschrieben? Äh Moviepilot Und die berufen sich da auf The Hollywood Reporter Als Quelle Gut Moviepilot sind ja nicht so So Ich sag mal Schon relativ vertrautswürdig Sag ich mal Und da wie gesagt Das eben Das als Arbeitstitel Reboot hinläuft Und da weisen sie aber Auch darauf hin Äh ich zitiere Nach Angaben Nicht näher genannter Quellen ist eine Vereinbarung Allerdings weit entfernt Und könnte auch gar nicht Zustande kommen Ach das hab ich auch gelesen Genau wo es eben um die Reboot Serie geht Stimmt Das hab ich auch gelesen Stimmt hast du recht Ja hat denn die Lizenz für TNG immer noch Paramount? Eigentlich Serien Ich mein das wurde ja noch So wie ich es jetzt ja Vorhin verstanden hab Sind ja die alten Serien Noch über Paramount Gelaufen Also Die Serien laufen Alle Über CBS Wenn du dir jetzt Ich weiß nicht Einige von euch Werden das sicherlich kennen Es gibt ja diese Boxen The Full Journey Ja genau Wenn du da drunter guckst Und drehst die um Da wirst du sehen Dass da das CBS Logo drunter ist Mhm Die sind nämlich von 2011 2012 sowas Mhm Weil CBS schon das Komplett gekauft hat Genau Und wenn du das umdrehst Wirst du das Logo von CBS Scream aber bei Netflix Was da steht Ich hab die Boxen nicht Aber das interessiert mich Jetzt mal Ja Ähm Ne Falls es euch interessiert Wird hier in dem Artikel Den ich gerade auch gefunden hab Explizit auf die anderen Serien Noch inhaltlich eingegangen Den Artikel hatte ich vorher Auch noch nicht gelesen Und hier stehen jetzt auch Sachen drin die ich so Beispielsweise noch gar nicht Gehört hatte Vielleicht mal ganz interessant Äh Schick mal den Link Wobei in die Ja So alle Ich Äh mal rein Ich schmeiß einfach mal In den Stream rein Und äh Auch Hier mal mit rein In Skype Da wird halt auch geschrieben Dem Bericht nachspielt Eine der möglichen neuen Serien An der Starfleet Academy Achso das hab ich auch gelesen Ja ja Und da sollen die Schöpfer Bereits feststehen Des weiteren Planes CBS Eine serielle Umsetzung Das Zorn Äh Der Zorn des Kahn Geschichten Genau Ja ja Genau hab ich auch Ähm Und ein Szenario Äh Zur Zeit der Eugenischen Kriege Was da wohl wahrscheinlich ist Und davon abgesehen Äh Wäre wohl auch eine Animationsserie In Planung Ja das sind auch nur die Sachen Die ich dann später noch auf meiner Liste habe Jetzt wo du es auch grad nochmal erwähnst Achso sorry Ich wollte Ne 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 das passt schon Ich hab auch gar nicht mehr dran gedacht Jetzt da hier Ich hab nur Ich hab so viel Fenster auf mir Ich guck gerade mal wann das war Das ist nämlich gerade auch das Thema Dass ähm Neue Serientitel registriert worden sind Wo noch ein bisschen mehr Spekulationen sind Ähm ich würde das mal sagen Ich würde mal sagen Ähm da rutschen wir einfach mal weiter Also wie gesagt PK Serie Ist auf jeden Fall schon mal ein Fakt Sie ist angekündigt worden PK und CPS haben Ah PK sage ich schon Äh Stuart haben es selber bestätigt Es wird kommen Ich tu mich echt immer noch richtig schwer Mit dem Begriff PK Serie Weil ich die Befürchtung habe Dass man von ihm in dieser Serie Zu viel erwartet Zu viel Präsenz Noch weiß man gar nichts Es heißt einfach nur PK wird dort wieder als PK Also Stuart wird dort wieder als PK auftauchen Mehr weiß man eigentlich gar nicht Man weiß auch nicht mal Auf welcher Plattform es läuft Ist es eine TV Serie Ist es Streamingdienst Ist es Ähm Das haben wir mal gesagt Das wird CBS All Access Genau Und dann über Netflix weiter Genau so wie Discovery Also wo ich heute gelesen habe Es steht noch nicht fest Ob es auch über Netflix läuft Weil Netflix momentan Nur die Lizenzen hat Für ein paar Kinofilme Und Discovery Und halt die vorhandenen alten Serien Aber für alle neuen Projekte Müssten die jetzt alles einkaufen Ja gut Was ich gelesen habe dazu War wirklich auch Dass es eben über CBS All Access Es geht Und genauso vertrieben werden wird Wie Discovery Netflix war da nicht genannt gewesen Mit In dem was ich gelesen habe Aber dass es auf den gleichen Vertriebswegen Wie Discovery laufen soll Weil die sich eben Als praktikabel herausgestellt haben Und ich habe halt gelesen Dass das mit Netflix Noch nicht bestätigt ist Weil das nicht über die Discovery Lizenz mitläuft Okay Marco hat schon insofern recht Weil wir haben das heute Bei den Klassik Science Fiction Und Fantasy Fans Auch nochmal diskutiert Dieses Thema Es drängen ja immer mehr Streamingdienste auf den Markt Ja jetzt Apple Die jetzt die Foundation Trilogie Als Serie rausbringen Amazon mit Herr der Ringe Gut die sind schon da Aber Disney wird jetzt Mit dem eigenen Streamingdienst Marvel und DC Universum auch Die machen auch eigene Streamingdienste Ne Marvel gehört ja Disney Ja aber die wollen Die wollen den eigenen Streamingdienst Mit den Marvel Dingern machen Wo nur Marvel Serien und Filme drauf laufen Also eigentlich ist Da habe ich eine andere Info Also meine Info ist Oder verwechselst du gerade mit DC Auf jeden Fall DC ist passiert auf jeden Fall Also dass der Disney Streamingdienst Der wird auch alle Marvel Sachen bringen So kenne ich es Stimmt habe ich es damit verwechselt Aber DC wird auf jeden Fall Einen eigenen DC Streamingdienst kriegen Genau DC Universe Ja genau Wobei ich aber generell Wollen wir mal ganz Das ist nur kurz hingegangen Und es liegt ja nah Dass CBS Orlecht Dann vielleicht irgendwann Auch nach Europa dringt Muss man sich doch einstellen Meine Befürchtung Bei diesen ganzen Aufkeimenden Streamingdiensten ist Dass die sich alle dermaßen Das untereinander aufteilen Dass man irgendwann Mehr oder weniger Den Zwang hat Wenn man denn Was sehen möchte Also nehmen wir mal Jetzt bleiben wir mal Beim Beispiel Star Trek Dass man irgendwann gezwungen ist Verschiedene Abos Bei Streamingdiensten Oder mehrere Abos Eben abzuschließen Um dann halt wirklich Auch alles wirklich Sehen zu können Man darf ja auch Ist doch schon so Man darf ja auch Nicht vergessen Dass die ja nicht Sagen Wir machen eine neue Serie Wir gehen zu Netflix Wollen wir das haben Wenn nicht Dann bleibt man bei uns Sondern die schmeißen das Jedes Mal auf den Markt Und dann schlagen sich die Die Dienste darüber Und gerade Amazon Sind das Geld auch nicht so Die haben auch einige Milliarden an Schulden Deswegen Was mich da halt so frustriert Das habe ich jetzt bei einigen Serien gehabt Um mal kurz ein bisschen Abzuschweifen Ich hatte das jetzt bei einigen Serien gehabt Dass Netflix und Amazon sich beispielsweise Die Serien untereinander Aufgeteilt haben So nach dem Motto Du kriegst Staffel 1 bis 4 Bei Amazon Und ab Staffel 5 Siehst du es auf Netflix Und genau vor solchen Spaltereien dabei Das ist halt das Wovor es mir So ein bisschen graut dabei Es geht jetzt Die Expanse geht es so Die Expanse ist ja von Sci-Fi Also es ist ja eigentlich Eine Sci-Fi Serie Soweit ich das in den Kopf habe Die ist ja gecancelt worden Dann Nach dritten Dritten Staffel Und die ersten beiden Staffeln Laufen ja auf Netflix Und jetzt hat Amazon Die Serie gekauft Und wird die weiter produzieren Und da hat die Büro Du hast schon recht Da stellt sich natürlich Ganz klar die Frage Was passiert da mit Staffel 1 und 2 Kriegt Amazon die Komplettrechte Oder wie läuft das Genau Also ich Wie Mr. Stocki Im Chat schon geschrieben hatte Ich bin eigentlich Vom Beispiel Doctor Who ausgegangen Da war das auch ganz massiv gewesen Mit dieser Aufteilung eben Vor allem weil Amazon Hat auch die Marotte hat Bestimmte Sachen halt Nur vorübergehend In Prime drin zu haben Jetzt sieht man da Die ersten Staffeln Beispielsweise gar nicht mehr Und genau das ist halt Das Was mich so ein bisschen Dann bedenklich stimmt Weil Nicht jeder Ist ein so großer Fan Oder hat die finanziellen Möglichkeiten Dann wirklich diese Abos Dafür auch abzuschließen Und wenn man Wieder den Leuten Ich meine das Schöne An dieser Streaming Plattform Ist ja Dass man damit mehr Leute erreicht Eigentlich als im Normalen Fernsehen Weil du bist nicht mehr gezwungen Zu einer gewissen Uhrzeit Einzuschalten Um die neue Serie Eben zu schauen Sondern du kannst es dir Anschauen Wenn es dir selbst passt Das ist prinzipiell Erstmal eine sehr sehr gute Sache Aber wenn man dann wieder anfängt Das auf die ganzen Dienste Aufzuteilen Kommt man wieder in die Situation Dass man es einem gewissen Satz an Leuten verwehrt Das Ganze zu sehen Und das finde ich wieder Kontraproduktiv Naja im Endeffekt Wird es darauf doch hinauslaufen Also Ich befürchte es auch Ja natürlich Die Privatsender werden immer mehr An Bedeutung verlieren Ich kann dir jetzt mal Ein kleines Beispiel nennen Womit die sich selbst kaputt machen Ein blödes Beispiel Passt jetzt gerade nicht unbedingt Zeigt aber Wo die Reise bei den Privaten hingeht Ihr wisst ja Dass Michael Jackson Jetzt 60 wird Und auf Vox Lief am Samstag Eine Dokumentation Und ich bin großer Michael Jackson Fan Und habe mir die natürlich Angeguckt mit meiner Frau Und die lief von Viertel nach acht Bis Viertel vor eins Ordentliche Zeit Ja Aber die Aber die Doku selber Ist nur zwei Stunden lang Oh Und da hast du Zeit Werbung Zweieinhalb Stunden Krass Zweieinhalb Stunden Werbung Und wenn das natürlich Gemacht wird Dass die Und dann wurde die Werbung Hinterher bis auf eine Viertelstunde Also eine Viertelstunde Doku geguckt Und dann wieder Zehn Minuten Werbung Oder so Oder noch länger Im Endeffekt Und wenn man sich Diese Entwicklung anguckt Und wenn man sich Dann weitere Entwicklungen Anguckt Dass Serien nicht mehr Weiter gesendet werden Dass die Ausstrahlzeit Plötzlich geändert wird Und so weiter Und so fort Ist es doch kein Wunder Dass Leute immer mehr Zu Streamingdiensten Reifen Natürlich Ich habe jetzt schon Zwei Stück Und zwei weitere Serien Oder zwei oder drei Serien Habe ich mir auf Google gekauft Also drei Weil es einfach Ich sehe halt auch Die Zukunft eindeutig In den Streamingdiensten Überhaupt Weil es halt auch Nutzerfreundlicher Generell ist Das Mit der Werbung Ist auch so eine Sache Generell In den Streamingdiensten Findet das ja auch Immer mehr Einzug dabei Was ich gerne nochmal Aufgreifen würde Das hat mir relativ Am Anfang der Sendung Ghabt Aber das ist ein bisschen In Technik Kack untergegangen Irgendjemand Ich weiß nicht mehr Wer es war Meinte Er freut sich drauf Zu sehen Wenn Discovery Dann im Free TV Laufen wird Ja das war im Tötenchat Vorhin jemand Genau Und ich glaube aber nicht Dass wir das erleben werden Glaube auch nicht Wenn dann erst Ein paar Jahren So genauso wie jetzt Die TV-Serien bei Netflix Und Co gelandet sind Das ist alles eine Frage Wann die Lizenzen auslaufen Ich glaube Erstens glaube ich Dass das Serienkonzept Von Discovery Überhaupt nicht Dafür geeignet ist Die Folgen Einfach mal so Zufällig irgendwann Im Fernsehen laufen zu lassen Einzeln so Weil das Überhaupt nicht Funktioniert Wenn man es so Bruchstückhaft Bloß sieht Beispielsweise Zum anderen Glaube ich nicht Dass wir es erleben werden Dass ein Fernsehsender Wirklich Sich Diese Serie Insofern kauft Dass er sie Ausstrahlen darf Weil Es dafür Denke ich mal Überhaupt nicht Rentabel ist Beziehungsweise Sehe ich halt Die Zukunft Für die Normalen Fernsehsender Nicht mehr so Groß Dass sich das Überhaupt Für einen Fernsehsender Auch nur Ansatzweise Lohnen würde Und dass die Überhaupt Die Chance Hätten Damit Leute An den Fernseher Zu locken Dass die Leute das Sehen Weil Seien mal Ehrlich Die Leute Die Discovery Sehen wollen Die haben Entweder So gemacht Wie ich das Von vielen Leuten gehört Hab Dass sie Wöchentlich Jede Folge Auf Netflix Geschaut Haben Oder Sie haben So gemacht Dass sie sich Einen Monat Den Testmonat Von Netflix Geholt haben Und es am Stück Weggeschaut haben Und dann dafür Gar nichts Gezahlt haben Oder holen sich Dann beispielsweise Die DVD Blu-ray Box Wenn sie Dann rauskommt Aber die Leute Die das Interesse Daran haben Die Serie Wirklich zu sehen Die haben die Dann bestimmt Schon gesehen Und werden Nicht drauf warten Dass es Im Free TV Läuft Das werden Dann zu wenige Seien Also dafür Dass es sich Für die Fernsehsender Selber lohnen Würde Naja Man Man muss ja Auch noch Einen anderen Aspekt Mit reinnehmen Obwohl Das jetzt Nicht Das Thema War Was Marco Geplant hat Aber Tatsache ist Dass Netflix Selber Auch gar nicht Unbedingt Will Also erstmal Die eigenen Serien Sollen gar nicht Im Free TV Gezeigt werden Damit Konterkarieren Die ihr Konzept Das geht gar nicht Und genauso Ist es ja auch Vielleicht habt ihr Das schon mal Gemerkt Ich glaube Die DVD Sammler Unter uns Mike Und Wolfgang Die haben das Schon mitbekommen Auch Dass du viele Netflix Serien Gar nicht erst Als Blu-ray Und DVD Zu kaufen bekommst Aber es gibt welche So ist er nicht Es gibt einige Es gibt einige Aber hauptsächlich Die Die keine Wirklichen Original sind Also von Netflix Produziert Sondern wo die Nur Senderechte haben So wie das jetzt Bei Discovery ist Da kann Netflix Nicht darüber entscheiden Ob das eine Blu-ray wird Aber bei eigenen Produktionen Ja Da sieht das schon Ganz anders aus Da ist Netflix Sehr geizig Und Amazon Übrigens auch nicht Sehr viel anders Weil die einfach wollen Dass du streamst Dass du dort bei denen bist Und wenn du dann Einmal 30 Euro ausgibst Für deine Lieblingsserie Brauchst du die nicht mehr streamen Das kostet Klicks Schlecht untergreifen Andererseits Wenn ihr natürlich merken Dass die Serie XY Sagen wir mal Nach 10 Jahren Einfach von nahezu Keinem mehr geguckt wird Auf Netflix Weil die ganzen Netflix-User Die die schon haben Und die Serie einfach zu alt ist Als dass sie neue Zuschauer Als Abonnenten loggen können Dann können sie vielleicht Schon mal denken Okay Ein paar Euro holen wir noch raus Hauen wir sie als DVD raus Oder gucken wir Ob irgendein Fernsehsender Interesse dran hat Sowas können wir schon vorstellen Aber es wird nicht so schnell passieren Ich kann mir schon vorstellen Dass die Fernsehsender CBS oder Netflix Oder sonst was Die Bude einrennen Und sagen Hier pass auf Wir geben euch Millionen Wir wollen das auch ausstrahlen Aber diese Sachen sich halt Nö Genauso wie CBS Ja auch in Amerika sagt In Amerika Auf Netflix Gibt es das ja nicht Es gibt ja nur In anderen Ländern Amerika ist nur Auf CBS All Access Die halten sich da So Sachen Die 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 Herrschaft In Amerika darüber Und wenn jemand Stardustik gucken will Dann über den CBS All Access Und nicht über Netflix Genauso macht es der CBS Auch mit den anderen Geschichten Nur wenn halt wirklich Kein einziger Wenn die merken Dass einfach nichts mehr geht Und es gibt noch die Möglichkeit Da drüben noch ein paar Euro Zu holen Dann würden sie es machen Aber das wird mindestens Doch zehn Jahre Oder so dauern Wobei ich aber auch sagen Ich muss aber auch sagen Das ist jetzt Eine ganz persönliche Sicht Auf das Ganze Aber Ich genieße inzwischen Den Luxus Serien über eine Streaming Plattform schauen zu können Ja Hängt auch damit zusammen Dass ich sehr viel unterwegs bin Dass ich Serie Eigentlich gar nicht mal Mehr am Fernseher schaue Mein Fernseher läuft so Wenn ich zu Hause bin Eigentlich gar nicht mehr Nicht mal für Serie oder sowas Gut für Discovery Hatte ich es dann Manchmal gemacht noch Dass ich den Fernseher Eben angeschmissen habe Und es dann wirklich Über Netflix Und den Fernseher geschaut habe Aber trotzdem war es halt Bei den meisten Folgen so Dass ich es mit Handy Und Kopfhörer geschaut habe Dann Ja Liegt auch wie gesagt daran Dass ich viel unterwegs bin Kann jetzt sein Dass es nur mir persönlich so geht Aber diese Freiheit Zu entscheiden Wann ich die Serie schauen möchte Und vor allem Wo ich die Serie schauen möchte Die finde ich inzwischen So überragend Dass mir eine digitale Version Der Serie Wo ich selbst bestimme Wann ich sie starte Und sowas Und wo ich sie starte Eigentlich lieber ist Als entweder Ein fester Sendeplatz Im Fernsehen Oder eben Das quasi physisch Unbedingt dann da zu haben Natürlich Ich freue mich jetzt auch Auf die Blu-ray-Box von Discovery Und werde mir die auch definitiv holen Und dann auch darüber sehen Aber trotzdem wird bei mir Der Fokus gerade auch Was zukünftige Veröffentlichungen betrifft Mit Sicherheit Auf den digitalen Versionen liegen Die ich dann anschauen kann Wann und wo ich möchte Ja Gut Jetzt darf man natürlich Nicht vergessen Und da vielleicht Weiß ich nicht Vielleicht auch ein Stück Auch abzuschließen Oder so Man darf jetzt auch nicht vergessen Dabei allerdings Dass gerade Im Star Trek Übrigens im Star Wars Fandom ist das ganz ähnlich Sehr viele Leute sind Die sich es nicht Schlicht und ergreifend Leisten können Ja Vier oder fünf Streamingdienste Monatlich zu bezahlen Und ich muss dir auch Ganz ehrlich sagen Auch ich Sehe irgendwo Meine finanziellen Grenzen erreicht Irgendwann Ja ich habe jetzt Natürlich Zwei Streamingdienste Mit Amazon Prime Und mit Netflix Ja Das kostet Kostet schon eine Menge Geld Ja Wenn ich jetzt noch Ich würde vielleicht noch Unter Umständen Kommt drauf an Wenn es wirklich eine Super coole Super obergeile Star Wars Realserie Da würde ich mir vielleicht Noch mal Disney Streaming Angucken Aber dann wäre für mich Eine Grenze erreicht Wo ich sage Jetzt könnt ihr mich auch Mal letzten Endes Definitiv Das war ja das was ich meinte Mit diesem Aufsplitten Auf viele verschiedene Plattformen Das sehe ich ganz genauso Und da hast du auch Meine vollste Unterstützung dabei Ich habe jetzt bei mir Beispielsweise auch Den Strich gezogen Und übrigens Schlechte Nachricht Für dich Soran Aber ich habe kein Amazon Prime mehr Den Strich Habe ich jetzt für mich gezogen Weil ich auch gemerkt habe Dass ich auch die Streaming Plattform Von Amazon Sehr selten Nur noch nutze Und eigentlich nur noch Genutzt habe Um die Serien Weiterzuschauen Die ich da eben Angefangen hat Auf Amazon Aber jetzt dass ich sagen kann Ich gehe jetzt gezielt los Und schaue da nach Serien Oder sowas Ist halt nicht mehr Ich nutze jetzt als Streaming Plattform Beispielsweise Ausschließlich Netflix Und würde mich Und würde mich Dementsprechend halt auch freuen Wenn denn tatsächlich Zukünftige Veröffentlichungen Im Bereich Star Trek Dann auch auf Netflix Erscheinen würden Ja Kurz Zwischenfrage Wie viel kriegst du jetzt dafür Kann ich mich irgendwie anschließen Kriege ich auch einen Vertrag Was wie wo Bei Netflix Für das tausendmal nennen Achso Kriegen wir jetzt alle Geld dafür Nein schade Netflix 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 Nee Mich hat es halt im Endeffekt Deshalb überzeugt Ich kann verstehen Wenn Leute sagen Ich hole mir kein Netflix Abo Nur um Discovery zu sehen Kann ich voll verstehen Dann würde ich jederzeit unterstützen Hätte ich Ich habe mir damals Netflix nur geholt Für das Discovery Abo Und bin dann aber Bei ziemlich vielen anderen Sachen Auf Netflix eben hängen geblieben Weil es ja gerade auch Im Science Fiction Bereich Inzwischen einiges gibt Wirklich Was man darüber findet Nicht nur Filme Sondern eben primär auch Serien Wäre das aber nicht so Wäre Da hätte ich das nur Für Discovery gehabt Dann hätte ich mein Abo Da auch schon längst gekündigt Oder hätte es halt wirklich Nur über diesen Gratis Monat gemacht Ist jetzt so Meine persönliche Sicht Halt drauf Ich spring mal ein bisschen weiter Zur nächsten News Die dann rausgekommen ist Die nach der PK Serie Auch noch für noch mehr Hype gesorgt hat Aber das heißt Für noch mehr Zumindest gezeigt hat Dass noch mehr Projekte Dass die PK Serie Im Prinzip nur ein kleiner Teil Davon ist Und zwar die News CBS will Star Trek Serien Für das ganze Jahr Sie haben also angekündigt Dass sie neben Discovery Und der PK Serie Noch viel weitere Pläne haben Was umsetzen wollen Dass zwischen Miniserien Große Serien Dann auf die unterschiedlichen Plattformen Dass sie also so sagen Das ganze Jahr Jetzt mit permanenten Neuen Projekten Füllen wollen Unter anderem Wurden da auch Spin-Offs So Discovery gezeigt Auch hier Eine Harry-Mudd-Geschichte Wurde auch erwähnt Also Einfach Die picken sich Aus einer Hauptlinie Manche Sachen raus Und machen daraus Das finde ich eigentlich Auch ein geiles Konzept Und machen daraus Miniserien Zum Beispiel Oh der Charakter Der ist interessant Wir konnten ihn leider Nicht gut genug erklären Und zeigen In der Hauptserie Deswegen nehmen wir den uns jetzt Und packen die in so eine Zehn-Folgen-Miniserie Finde ich eigentlich auch geil Das einfach mal alles aus einer Sicht Nur mal als Beispiel Nehmen wir jetzt mal Die Matt-Volge aus Enterprise Die erzählt aber aus Sicht von Matt Zum Beispiel Dass er zum Beispiel Diese Miniserie So ein bisschen In die Richtung arbeitet Dass er vielleicht Wirklich das Bekannte Noch nimmt Aber aus der anderen Sicht Dann zum Beispiel Es zeigt oder sowas Einfach nur Um den Charakter Mehr zu Durchleuchten Mehr zu zeigen Und so weiter Also ich finde das Konzept Richtig geil Und es müssen ja halt auch Nicht immer riesengroße XXL-Serien sein Das gute Vorteil An solchen Miniserien Ist einfach Okay wir produzieren Die Miniserie Wenig Folgen Kosten erstmal nicht viel Spin-Offs heißt auch Die können Sets Und Uniformen Alles von der Hauptserie Nutzen Was schon finanziert ist Das heißt die Serie kostet nicht viel Im Verhältnis zum Rest Das heißt die können Da ihre 10 Folgen produzieren Wird es ein Flop War es halt so Wird es ein Erfolg Können sie daraus lernen Und können weiterhin In die Richtung produzieren Ich finde es auf jeden Fall Richtig gut Was sagt ihr dazu? Ich bin überhaupt Erstmal jetzt über den Artikel An sich gestolpert Weil den habe ich Tatsächlich noch nicht gelesen Den du gerade eben genannt Hattest den Artikel Und da bin ich auch gerade Noch an ein paar Interessanten Fakten Hängen geblieben Die vor allem Auf einige der Fragen Die wir jetzt eben Erörtert haben Auch eingehen Ich weiß nicht Ob ich das mal ganz kurz Noch in den Raum werfen soll So quasi abschließend Zu dem was wir vorhin Gesagt hatten Weil da wird sich auch Damit befasst Wie der Vertrieb dann Beispielsweise in Deutschland Laufen würde Und da ist dann eben Geschrieben zum Thema Netflix Ob der Streaminganbieter Auch für neue Serien Der Partner bleibt Wollen sich die verantwortlich Nicht entlocken lassen Es wurde aber angedeutet Dass man zumindest Im Falle von Spin-offs Rund um Discovery Wohl vertraglich dazu Verpflichtet ist Mit Netflix Zusammenzuarbeiten Und das finde ich schon mal Ein sehr interessanter Punkt Und Dass es dann halt Auch weiter geht Die Serie mit Patrick Stewart Ist dagegen kein Spin-off Sondern Sodass man hier wohl Auch neue Partner Also in dem Fall Streaming-Plattformen Ins Boot holen kann Für den Vertrieb In Zukunft könnte CBS All Access Sogar die einzige Heimat Der Star Trek-Serien sein So ist der Streaming-Dienst Mittlerweile nicht mehr nur in den USA Sondern und so weiter Sofort verfügbar Und dass sie eben In weitere Länder Expandieren wollen Und dass sie aktuell Bei 2,5 Millionen Abonnenten sind Und bis 2022 Auf 8 Millionen Abonnenten Kommen wollen Ja das ist aber das Was ich ja gerade auch schon sagte Dass die Wahrscheinlichkeit Ziemlich hoch ist Dass CBS Auf Dauer gesehen Auch als Netflix Konkurrenz auftreten will Ich meine Man muss ja sehen Disney hat es ja genauso gemacht Disney hat Auf Netflix Die ganzen Marvel-Serien Zur Verfügung gestellt Es wurden ganz viele Disney-Filme Jetzt geht Disney Mit einem eigenen Dienst Am Start Sie haben sich ein Stück weit Natürlich eine Menge Geld verdient Sie haben aber auch gesehen Dass es funktioniert Ja Und Netflix ist der Platzhirsch im Moment Und das ist völlig klar Dass CBS das versuchen wird Da irgendwann Netflix auszuboten Und Netflix sich da neue Märkte sucht Das ist auch ein Stück weit Eine Frage Immer Wie weit Ist man in der Lage Mit seinem Angebot Insgesamt auch zu punkten Ob CBS Ob CBS das letztlich kann Ich meine Weiß ich nicht Star Trek ist eine Weltserie Star Trek ist nicht nur Auf Amerika reduziert Star Trek ist eine Weltserie Ich glaube sie In Netflix Strahlt es auf 100 Über 170 Über 140 Ländern aus Auf jeden Fall nicht gerade wenig Auf jeden Fall weit über 100 Auf jeden Fall nicht gerade wenig Und Netflix Nicht Netflix Sondern CBS Nutzt halt aktuell Die Infrastruktur von Netflix Um halt einfach auch weltweit Das alles zu nutzen Es geht ja nicht nur ums Geld Sondern auch einfach darum Das Thema weltweit Am Laufen zu halten Um später eventuell Nicht nur im eigenen Land Wieder anfangen zu müssen Aber spätestens Wie ihr schon sagt Wenn CBS All Access Groß genug ist Um auf Netflix Nicht mal angewiesen zu sein Um vielleicht auch selber In alle Länder zu expandieren Würden sie sich zweimal überlegen Ob sie Lizenzen rausgeben Oder sie lieber erst mal Für ein paar Jahre selber behalten Und dann vielleicht Das rausgeben Oder gar nicht mehr rausgeben Ich denke mal Das hängt auch damit zusammen Wie sich der Markt Der Screaming Dienste In der nächsten Zeit Überhaupt verändert Meiner Meinung nach Sind da zwei Kriterien Im Endeffekt dafür ausschlaggebend Erstes Kriterium ist natürlich Wer ist in der Lage Auf seinem Streaming Dienst Was anzubieten Was halt wirklich Die Leute reizt Da einzuschalten Und zweiter Gedanke Der für mich persönlich Auch eine größere Rolle spielt Wer ist bei der Benutzerfreundlichkeit Weiter vorn Wenn ich jetzt beispielsweise Nehmen wir mal an Ich habe einen Streaming Dienst Auf dem kann ich alles sehen Was ich möchte Aber der funktioniert Weder in der Handy App Vernünftig Noch im Browser vernünftig Oder halt nur Über eine Internetadresse Keine Apps vernünftig Keine Zusammenarbeit Mit den Geräten Die man so hat Beispielsweise Wie heißt das von Google Chromecast Oder Apple TV Oder sowas Oder mit den Fernseher Apps Oder sowas Da ist halt auch wieder Diese Benutzerfreundlichkeit Ein Faktor damit Und dieser Streaming Markt Der entwickelt sich Gerade erst so richtig Der entwickelt sich In der letzten Zeit Rasant schnell Es kommen immer mehr Dienste auf Und wer sich da Wirklich halten kann dabei Wer eine Größe dabei ist Welcher Dienst Vielleicht welchen anderen Aufkauft Fusioniert Was weiß ich was Das wird ja Die Zukunft Erst alles dann zeigen So Stück für Stück Und ich denke Das wird auch mitbestimmen Wo wir dann was sehen werden Jari V Die meint Entschuldigung Jari V Die meint Ich interessiere Ob StarChip Mal wieder So eine große Gesellschaftliche Reichweite Bekommen Wie es mal hatte Ich finde Reichweite Hat es jetzt auch Schon nicht gerade wenig Es ist schon viel Man muss ja auch dazu sagen Dass einfach die Die Zeit heute Einfach so ist Dass einfach Extrem viel Millionen An Leuten Einfach Netflix und Co Haben Und einfach auch Verhältnismäßig Viel weniger Leute Fernsehen gucken Ich meine Das ist bekannt Dass einfach die Fernsehzuschauer Immer weniger werden Deswegen Die reine Reichweite Ist denke ich mal Definitiv Nahezu gleich geblieben Finde ich Oh ne Oh Also das Fandom Insgesamt Ist seit 2005 Stark geschmolzen Also das ist Kein Vergleich mehr Zu der Zeit Die es früher gab Das siehst du schon Wenn du direkt Im Fandom unterwegs bist Wenn du jetzt Wie gesagt Es gab früher Das ich jetzt schon mal Irgendwann erzählt Trekdinner Mit 150 200 300 Leuten Du kannst heute Erstmal gibt es heute Kaum noch reine Trekdinner Die haben sich eben Und früher war das Wirklich oft so Du bist irgendwo hingekommen Und wenn du anfängst Dich über andere Science Fiction Serien Zu unterhalten Da hast du schon Eine Verwarnung weggehabt Konntest du bald gehen Und heute ist es so Dass die meisten Trekdinner Sich auf Science Fiction Allgemein Kommst du als E-Voc zu Gast Und ich kann dir sagen Das Fandom Ist stark zusammengeschmolzen Ein kleiner Vergleich Wir sind ja mit Star Trek Fans Deutschland Die größte Deutschsprachige Star Trek Gruppe Die Gruppe hat jetzt Zur Zeit 4900 Mitglieder Im Gegensatz Die Star Wars Verrückten Star Wars Verrückte Die haben über 26.000 Mitglieder Und das zeigt eindeutig Wer im Moment In Sachen Fandom Der absolute Platzhirsch ist Das wäre Kann ich dir sagen Vor Jahren Noch mal andersrum gewesen Also hundertprozentig Aber ich glaube nicht Dass Star Trek Egal ob mit den Kinofilmen Weil auch da Hat sich ja viel bewegt Das ist ja Sind ja auch da Wieder neue Filme angekündigt Beziehungsweise Wird drüber verhandelt Zur Zeit Und auch mit den Serien Ich glaube nicht Dass Star Trek Die Größe In der Form Wieder erlangt Dass wir irgendwann Wieder einen offiziellen Deutschen Star Trek Fanclub Eine offizielle Star Trek Zeitschrift haben Dass wir Zeitschriften Wie die Spaceview haben Die teilweise zu 60-70% Star Trek lastig waren Aber Das glaube ich so nicht Ich glaube aber Das liegt nicht unbedingt Zwangsläufig an Dem Franchise selber Sondern gerade so große Star Trek Fanclubs Und so weiter Auch die Zeitschrift Die du gemeint hast Die wurde ja auch teilweise Durch Amerika Also durch die Lizenzgeber Ja auch zerstört Das offizielle Star Trek Magazin Ist wegen mangelnder Leser Eingestellt worden Ja Aber da gab es Und das Magazin Ganz kurz Es gab noch eine Ich weiß nicht Ob es ein Ich glaube der einzige Deutsche offizielle Fanclub war es ja Dass der Lizenzgeber Also Star Trek oder CBS Genau welcher Weiß ich jetzt nicht An den Einnahmen Weil die haben ja Gebühren verlangt Für Mitglieds Für Zeitschriften Und solche Geschichten Also die sind auf null Ausgelaufen mit den Kosten Aber CBS meinte Wir wollen was davon abhaben Und das konnte sich So sagen Dieser Fanclub nicht leisten Und haben dann dicht gemacht Oder haben sich zumindest Also der Gründer Des offiziellen Deutschen Star Trek Fanclubs Ist Dirk Bartholomé Und Dirk Bartholomé Ist der Veranstalter Der FedCon Und der Dirk Hat aus den USA Zuerst den Communicator bezogen Das ist die Zeitschrift Die du meinst Das war die offizielle Zeitschrift Der Star Trek Fanclubs der USA Die offizielle Und hat dann Hat dann Dort einige Berichte Deutsche Artikel über das Fandom und so weiter Eingepflegt Dann hat er Aus Kostengründen Ähnlich wie du es sagst Den englischen Communicator übernommen Und nach 2005 Als Enterprise Abgesetzt worden ist Ist das Fandom so stark Eingebrochen Dass er den Fanclub Dichtmachen musste Weil nicht mehr genug Mitglieder da waren Das war der Hauptgrund Warum der Deutsche Darum der Star Trek Deutschland Der offizielle Fanclub Dichtgemacht hat Dirk ist umgestiegen Hat das Ding Umbenannt In FedCon Geeks Hat einen Deal Mit dem Geek Magazin Gehabt Für die ich ja auch schreibe Das kennt ihr ja wahrscheinlich Alle Die ist Einzige Ist ja eigentlich Das einzige Große Magazin Derzeit Und jetzt bringt er Ja den FedCon Insider Also so ist das abgelaufen Der Fanclub Ist geschlossen worden Aufgrund Es waren zu wenig Abonnenten Aber das Grundproblem War ja Warum es eingebrochen war Auch die große Pause Von Star Trek an sich Wo ja einfach nichts Neues mehr gekommen ist Wodurch einfach auch Alles ein bisschen Eingeschlafen ist Oder Nein Eben nicht Das stimmt eben nicht 2005 ist Enterprise Eingestellt worden Der Star Trek Fanclub Wurde 2006 Aufgelöst Oder spätestens 2007 Der Grund war einfach der Es war einfach Eine absolute Übersättigung Da Im Fanclub Ich würde gerne mal noch Einen persönlichen Gedanken mit einwerfen Ich würde jetzt Nicht sagen Dass Also natürlich Klar Es ist weniger geworden Das unterschreibe ich Auch definitiv Ich bin jetzt auch schon Zeit meines Lebens Star Trek Fan Allerdings einer Der jüngeren Generationen Und ich muss persönlich Sagen Dass ich bei Meim Fanwesen Sozusagen auch ein bisschen Andere Wege Dabei gehe Liegt daran Dass ich der jüngeren Generation eben Angehöre Mit dem Ergebnis Dass ich beispielsweise Weniger an gedruckten Magazinen Als an digitalen Interessiert bin Dass ich lieber Artikel im Internet lese Und in Wikis Unterwegs bin Als dass ich beispielsweise Eine Zeitschrift Abonniere Dass ich beispielsweise Auch lieber in einer Facebook Gruppe Unterwegs bin Als zu einem Trek Dinner zu gehen Das ist ja Einer der Ich weiß nicht Ob man es jetzt Als Vorteil betrachten möchte Aber einer der Faktoren der heutigen Zeit Dass vieles digital geht Ohne eine feste Verpflichtung einzugehen Und ohne das Haus Zu verlassen Damit nimmst du dir was Damit nimmst du dir was Ja das auf jeden Fall Das glaube ich auch Ja Der Sache bin ich mir Auch bewusst Aber ich glaube Dass das auch eine Entwicklung der heutigen Zeit ist Dass vieles Von dem Fan sein Mehr in sozialen Medien Und in der digitalen Welt Und in der digitalen Welt passiert Als früher Es eben war Dass man in einem Club Angemeldet war Dass man eine Zeitschrift Bezogen hat Oder dass man Zu einem Treffen Gegangen ist Wenn das aber stimmen würde Was du sagst Warum haben denn Conventions Einen Riesenhalb In Deutschland gerade Weil sie so selten sind Eben nicht Sind sie ja eben nicht mehr Es gibt Es gibt Es gibt die Comic Con Germany in Stuttgart Es gibt die German Comic Con In Dortmund München Augsburg Ne nicht in Augsburg Entschuldigung Dortmund München Wo war der dritte Ach Frankfurt Es gibt dann in Amsterdam eine Es gibt die Fat Con Es gibt die Magic Con Es gibt Ganz viele Fan Conventions Die Noise of the Force Die Do Con Die Weekend of the Hell Zweimal im Jahr Die House of Power Die Power of the Force Also Das sind alles Sachen Die habe ich als Star Trek Fan Als reiner Star Trek Fan Der sich für alles andere Drumherum Wenig bis gar nicht Interessiert Ich kann beispielsweise Auch mit Star Wars Relativ wenig anfangen Ich schaue die Filme Bis auf dass ich die letzten Auch nicht gesehen habe Aber ich bin halt jetzt Persönlich auf Star Trek Fokussiert Und die einzigen Veranstaltungen Die ich da halt Persönlich auf dem Schirm habe Sind die Fat Con Und die Destination Star Trek Und dann wenn was kleineres Mal irgendwo organisiert ist Was sich aber explizit Auf Star Trek richtet Sowas wie Comic Con Und sowas Wäre mir für mich dann Persönlich relativ Uninteressant Zu großflächig Zu wenig Ja zu groß Zu großflächig Beziehungsweise zu wenig dabei Was mich jetzt halt Genau Direkt anspricht Das ist so meine Wahrnehmung dabei Einfach wie ich Als Fan im Kontakt Dabei stehe Ich möchte jetzt nicht Irgendwie Werten dabei Sondern bloß halt Eine Sichtweise So wie es einem Digitalen Fan geht Quasi einwerfen Ja ja Das ist Das ist auch Durchaus verständlich Aber was ich halt Dem entgegenhalte Ist eben das Dass eben Herzlich gegrüßt Alle untereinander Werden geschrieben Star Trek Star Trek ist back Schön und gut Sollen es bloß nicht Übertreiben Sonst ist der Markt Wieder übersättigt Das wollte ich nämlich auch Schon die ganze Zeit Ansprechen Ich habe ja damals Diesen Artikel hier Bei der Facebook Gruppe Auch gepostet gehabt Als ich ihn gefunden hatte Und habe auch drüber geschrieben Hoffentlich über Übertreiben sie es nicht Dass es nicht übersättigt Ich bin nämlich auch der Meinung Und wollte nämlich auch An euch die Frage stellen Auch vor allem Wenn man es neutral betrachtet Nicht unbedingt aus Den Hardcore Fan Der gar nicht genug Star Trek haben kann Weil für einen richtigen Fan Gibt es keine Übersättigung Meint ihr Die Gefahr besteht Wenn sie jetzt Sowas raus haben Wie das ganze Jahr Über neue Projekte Gerade zig verschiedene Neue Miniserien Und 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 Dass der Markt Auch einfach ein bisschen Übersättigt werden könnte Gerade jetzt Bei dem Thema Streamingdiensten Ist es ja so Beim Fernsehen Wird es ausgestrahlt Dann ist es erstmal weg Dann können sie was anderes Liefern Dann ist es mal weg Das heißt die Leute Können nur das gucken Was denen vorgesetzt wird Bei Streamingdiensten Sammelt sich aber halt Immer irgendwann So eine riesen Datenbank Und irgendwann Sag mal Du bist jetzt ein halbes Jahr Aus irgendwelchen Gründen Kannst nicht gucken Guckst wieder rein Du bist total überschlagen An den neuen Angeboten Und weißt gar nicht mehr Wo du anfangen sollst Und was jetzt In welcher Reihenfolge Wie hier zusammenhängt Um im Laufenden zu bleiben Glaubt ihr Dass eine Übersättigung Stattfinden kann Dass die Gefahr besteht Wie gesagt Genau darauf wollte ich ja Die ganze Zeit eingehen Und ja Direkt natürlich Haben wir dich gesehen Wir lesen alles mit Was im Chat passiert Aber wenn man so Im Redefluss ist Kann man natürlich Auf sehr wenig davon eingehen Und immer nur gewisse Punkte Sich rausziehen Aber der Punkt war mir halt Wichtig gewesen Weil ich finde Einer von euch Hatte das Wichtige In meinen Augen Dazu nämlich schon gesagt Vorhin Eine Übersättigung Kann es in meinen Augen Gar nicht geben Weil wenn es wirklich Das jemand anspricht Und dass es jemand Anspricht und dass es jemand Nicht anspricht Und alleine wenn wir Mitzukommen Oder sowas Solange wir diesen Punkt Nicht haben Denke ich nicht Denke ich nicht Das Produzieren Aber komplett vorhin Und solange das gegeben hat Und solange das gegeben ist Und man sich halt weiter Ich finde das Geld Übersättigung muss man Einmal hinterher zu kommen An dem was gerade Alles neu kommt Gerade die Fans Die wollen alle schauen Wo Star Trek drauf schaut Ob es eine Serie ist Die einem vielleicht gefällt Oder nicht Grundsätzlich wollen es Erstmal alle schauen Wo Star Trek drauf steht Und wenn aber Parallel Nehmen wir mal einfach an Die produzieren jetzt Zehn Miniserien parallel Neben der Hauptserie Discovery und dazu Noch zehn Miniserien Könnte es einfach Überhand nehmen Dass es einfach zu viel ist Einfach an dem was An neuen Input Die sich jeder auch Anschauen will Reinkommt Wenn diese zehn Serien Irgendwann in einer Datenbank Wie die jetzigen Serien Drinnen sind Wo man sich dann Oh ja die kenne ich Die gucke ich mir jetzt Nochmal an Oder danach gucke ich mir die an Also einfach so eine Datenbank Wo man sich raushält Dann ist es keine Übersättigung mehr Aber gerade diese Informationsflut an neuen Folgen Dass die auf einen Schlag Nicht zu viel ist Und das ist halt das Wo ich denke Dass man da aufpassen müsste Es passiert ja auch noch Was anderes Es passiert ja auch das Was eben auch damals Schon ganz vorsichtig Bei Deep Space Nine Aber bei Voyager Dann ganz klar ein sind Es wird Star Trek wird Zur Selbstverständlichkeit Und das ist etwas Was ja damals Eindeutig passiert ist In den 90ern Ja das heißt Irgendwie Versucht Versuchen die Produzenten Eine Geschichte zu erzählen Die sich aber Irgendwann sind die Themen Ausgereizt Und du hast Variationen Von Geschichten Die du kennst Das hat ja zum Beispiel Bei Enterprise Die ersten beiden Staffeln Sehr stark betroffen Und wenn man was Neues Probiert hat Ist es stark kritisiert worden Man hat dann die Ferengi Reingebracht Man hat diese eigentlich Super coole Borg-Folge Die zu Tode kritisiert worden ist Aber daran saßt du schon Die Fans haben es Selbstverständlich genommen Und das führte letzten Endes Dazu dass man dann sagte Da brauche ich jetzt Gar nicht mehr einschalten Das gleiche kann dir natürlich Das hat Tiberius ganz gut Angedeutet Bei 10 Serien auch passiert Er sagt ja klar Du brauchst ja da nicht mehr Alles gucken Richtig Aber dieses nicht alles gucken Das wird einige Serien Voll nach hinten runter werfen Und dieser Punkt Dass die Serien billiger werden Das ist auch Würde ich nur bedingt zu sehen Weil im Endeffekt Ja Musst du Serien hochwertig produzieren Ganz ehrlich Die Kostüme Das sind Peanuts Solche Sachen Richtig teuer werden die Schauspieler Ab der zweiten Staffel Wenn so eine Serie erfolgreich ist Außendrehs sind sehr teuer Special Effects Wenn sie gut gemacht sind Sind teuer Die du weiterhin brauchst Das heißt Du wirst für eine gute Folge Auch trotzdem 8 bis 10 Millionen brauchen Das sind 100 Millionen Bei einer 10-teiligen Folge Wenn die dem Bach runter geht Hat CBS 100 Millionen Dollar verloren Und wenn zwei Serien Von vier oder fünf Dem Bach runter gehen Sind wir schon bei 200 Millionen Also grob 10 Eine Staffel In der Staffel Sind die Kosten Von dem Kinofilm Ja Wobei ich aber sagen muss Ist dass der Standard Der Serienstandard Inzwischen selbst Für solche Netflix eigenen Produktionen Und sowas Wirklich sehr hoch ist Wenn man das noch mit Vor ein paar Jahren vergleicht Und deshalb gehe ich jetzt Nicht davon aus Dass man da vom Standard her Abstriche machen wird Und da die Qualität Runterfahren wird Ich denke Dass das Ganze Nicht an der Umsetzung Unbedingt scheitern könnte Sondern Wirklich am Gehalt Der Story Der Geschichte Die dahinter steckt Dass man eben versucht Zu viel Story Auf einmal An den Haaren herbeizuziehen Das ist halt der Gefahrenpunkt Den ich sehe Dabei Das ist vielleicht der große Vorteil An diesen durchgehenden Handlungssträngen Nehmen wir mal TNG als Beispiel Wenn ich sage Wir hauen jetzt 100 Folgen raus Falls erfolgreich Das heißt Wir müssen 100 einzelne Geschichten Die möglicherweise Die ins TNG-Universum Anpassen Aber wenn möglich Jeder komplett anders ist Wie die andere Hauptsache die kopieren Sie nicht gegenseitig Bei einem durchgehenden Handlungsstrang Hast du eine Geschichte Die du langsam Durchgehend erzählen kannst Das hat Grundsätzlich ist das Schon mal ein großer Vorteil An so einem durchgehenden Handlungsstrang Was halt eben Gerade wie bei TNG Da war es ja so Die haben eine Folge Abgedreht Gerade am Anfang Und haben überlegt Guck mal wie viele Zuschauer Machen wir überhaupt weiter Und haben so Sachen Folge zu Folge Gearbeitet gehabt Deswegen Ich bin der Meinung Eine gewisse Exklusivität Kann definitiv Der Serie nicht schaden Also allgemein Im Franchise nicht schaden Zu viel sollte es nicht sein Gerade nicht zu viel Auf einmal Das kann ruhig Wenn die eine Serie rum ist Die nächste kommt Und so weiter Das geht ja vielleicht nur Aber zu viel parallel Wird vielleicht zu viel Aber eine gewisse Exklusivität Kann nicht schaden Es ist ja dasselbe Nehmen wir mal Netflix als Beispiel Was haben denn Viele Streaming-Tienste Für eine Große Macke Finde ich An Serien Sie produzieren eine Staffel Und knallen die komplette Staffel auf einen Schlag raus Dann hockst du da Hast in zwei Stunden Alle Staffeln Die Staffel durchgeknallt Oder mehr Stunden Und dann hockst du da Okay gesehen Wo geht es jetzt weiter Ich sage Ich gucke auch Viele Netflix-Serien Und gerade diese Staffeln Ist teilweise wirklich so Dass die Wenn so eine Staffel rauskommt Von irgendeiner Serie Wo die ganze Staffel rauskommt Die laufen nebenbei Und ich mache irgendwas am Rechner Ich gucke sie schon fast gar nicht mehr bewusst Aber durch das Hören Kriege ich es halt mit Bei Discovery ist es aber so Dass die Allein dieser Hype Von Folge zu Folge Zu warten Dieses eine Woche lang warten Auf die nächste Folge Wie geht es weiter Geht es weiter Dass ich bewusster geschaut habe Wäre das jetzt auch so Also ich begrüße das richtig Dass die Discovery Einmal pro Woche Eine Folge rausgebracht haben Und ich wie mit vielen anderen Serien Auf einschlag eine ganze Staffel Das ist so ein Ding Das können sie von mir aus gerne Beim Fernsehen Noch als Na Als Taktik nehmen Dass einfach Nicht auf einschlag alles kommt Denn das Das hält auch eine gewisse Exklusivität Und gewisse Spannung aufrecht Wo man sich einfach Auf die nächste Folge freut Und das finde ich eigentlich gut Klar jeder schreit danach Ich will sie jetzt sehen Ich will sie jetzt sehen Aber gerade dieses Danach Schreien Hält ja auch Auch in einem Diesen Wunsch Das jetzt Das Schauen weiter Das ist manchmal Bei anderen Folgen Ist es manchmal so Okay ich habe jetzt Acht Folgen geschaut Dann überlegst du dir Am nächsten Tag Nochmal Ob du das jetzt nochmal Die nächsten Folgen schaust Weil du hast Hallo ich habe gestern Erst drei Stunden lang Acht Folgen geschaut Bin eigentlich total übersättigt Braucht man was anderes Aber wenn ich jetzt Nur eine Folge Für eine halbe Stunde schaue Dann hast du kein Problem Damit am nächsten Tag Nochmal eine halbe Stunde zu schauen Aber kurzer Einwurf Das ist ja das Schöne daran Dass es über Streamingdienste Zur Verfügung gestellt wird Man kann selbst entscheiden Wann man schaut Und wann man was anderes schaut Man ist nicht gezwungen Sich an den Fernseher zu setzen Und das eben Zu betrachten Aber eine Frage Wollte ich dazu In den Raum werfen Wir haben jetzt Discovery Die erste Staffel Gehabt Und haben jetzt Eine längere Pause Bis noch nächstes Jahr Bis die Staffel zwei Kommen wird Findet ihr die Pause Zu lang Nein Weil die war vorher Eigentlich auch schon so Produktionstechnisch gesehen Sicherlich nicht Also ich wollte noch mal Ganz kurz auf Marco Zu kommen Auch noch mal dabei Du willst auf mich zukommen Gerne Bring was mit Immer Immer Verschätzt Zu schreiben Über zehn Stunden Sehen willst Man muss sich das ja mal Überlegen Das sind fünf Kinofilme im Schnitt Oder viereinhalb Kinofilme Je nachdem Die du sonst im Abstand Von einem Anderthalb Jahren Sehen würdest Hier wird in zehn Folgen Ein riesiger Film erzählt Wenn der gut geschrieben ist Dann hast du auch den Wunsch Das durchzugucken Und dann kann man sogar Witzigerweise oftmals Auch mal über Ein Manko in den Spezialeffekten Hinweg gucken Gutes Beispiel Shadowhunters Auf Netflix Eine Fantasy Serie Die ich mit meiner Frau gucke Da hat gar nicht so die besten Spezialeffekte Schöne Grüße an deine Frau Wenn sie schon erwähnt wird Die Ja Dankeschön Werde ich ausrichten Aber die Serie ist für sich Gut erzählt Und macht deswegen Spaß Discovery Hat da gekrankt Und ich glaube Das liegt zum Teil A daran Dass die eben Einen unheimlich großen Verschleiß an Executives Schon im Vorfeld hatten Ich glaube Es sind fünf oder sechs Executives gewesen Das gleiche bei den Autoren Auch Und diese Inkonsistenz Die merkst du Discovery an Und da hat Tiberius voll recht Die hast du nicht gemerkt Wenn du die Folge für Folge Immer eine Woche gewartet hast Guckst du die durch Dann siehst du diese Inkonsistenz Und da ist dann der Punkt Wo du sagst Wenn du eine Serie durchgucken willst Wie du es gerade beschreibst Marco Dann muss die gut geschrieben sein Dass du am Ball bleiben willst Und das muss ich sagen Ganz ehrlich Discovery ist nicht schlecht Aber die Inkonsistenzen Die diese Staffel noch hatte Die waren unnötig Und die wären vielleicht Auch nicht passiert Wenn eben Man nicht zu viele Köche gehabt hätten Die am Brei rumgekocht hätten Wobei ich aber sagen muss Ich befürchte Dass Um mal einen Ausblick Auf das Was da weiter geht Eben zu geben Ich befürchte Dass diese Inkonsistenzen Jetzt eigentlich Innerhalb der ersten Staffel Relativ gering sein werden Wenn man es mit Staffel 1 Zu Staffel 2 vergleicht Weil ich sehe Dass Oder ich habe die Befürchtung Dass man versucht Den Leuten zu sehr zu gefallen Und zu wenig sein eigenes Durchzieht quasi Mehrere Punkte dazu Beispielsweise Wurde ja schon angekündigt Dass für Staffel 2 Von Discovery Die Klingonen Wesentlich anders Wieder aussehen werden Und sich mehr Am bisherigen Orientieren werden Das heißt Auch da wird man dann Wieder eine Begründung Für diese Änderung Innerhalb der Serie Brauchen Und alles Ist dann auch schon Wieder sowas Was nicht konsequent Halt dann Durchgesetzt wurde Braucht man die? Braucht man die Erklärung Wirklich? In Star Trek Bisher wurde alles Irgendwie erklärt Immer ja Also bis Bis zum Jahr 2000 2006 2005 Oder 4 War die einzige Erklärung Die wir für die Veränderung Der Klingonen hatten Eine Aussage vom Worf Darüber reden wir nicht Ja genau Hat Hat 40 Jahre lang Funktioniert Richtig Also ich Ich glaube Ich glaube wirklich Es muss nicht alles Erklärt werden Also Muss auch nicht Ne muss auch nicht Aber Ich denke Trotzdem dass die Erwartungshaltung Da ist Genauso wie wir Beispielsweise auch Die Situation haben Die ich von Anfang an Befürchtet habe Dass man Irgendwann In Discovery Die Handlung Oder die Enterprise An sich mit der Entsprechenden Besatzung In die Handlung Einbringen Möchte unbedingt Das ist halt auch So eine Sache Wo es mir halt Davor wieder ein bisschen Graut Weil man halt Nicht drumherum Kommt Das Ganze Entsprechend Zu modernisieren Leider ist es Aber auch so Dass wir Discovery Natürlich niemand Erwartet Die Schalter Und Knöpfe Wie wir sie In TOS gesehen haben Das ist uns allen Klar Aber trotzdem Haben wir in Discovery Schon Sachen gesehen Die erst in anderen Star Trek Serien Sehr weit hinten Dann überhaupt kam Beispielsweise Diese holographische Kommunikationstechnologie Und sowas Wo man halt In meinen Augen So ein kleines bisschen Übereifrig mit der Modernisierung war Und wenn das Ganze Jetzt eben Dann noch Auf das Was wir Aus TOS Und den ersten Kinofilm eben kennen Auch noch angewandt wird Dann Kommt es halt schon Wieder zu Sachen die nicht Konsequent dann Fortgeführt wurden Und ich befürchte Dass da die Brüche Noch ein bisschen Größer werden Ich will nochmal Auf das zurückkommen Was auch der Reinhard gemeint hatte Dass das halt eben Nicht so konsequent Durchgezogen worden ist Diese durchgehende Geschichte Ich gehe mal davon aus Also es ist auch Eine Vermutung von mir Dass einfach Die Produzenten Auch noch mit Ein bisschen Zu viel Vorsicht Rangegangen sind Das heißt Einerseits Wollten sie Natürlich diese Durchgehende Geschichte Und diesen durchgehenden Handlungsstrang erzählen Andererseits Wollten sie aber Vielleicht auch noch Ein bisschen Dem Alten Treu bleiben Und immer noch ein bisschen An diesem Story of the week Verhalten Noch ein bisschen Drinnen bleiben Um einfach auch Nicht ganz so anders Dann vielleicht weil sie Auch zu viel Angst hatten Gerade dem Alten Zu viel Reinzutreten So nach dem Motto Und einfach weil Da noch ein bisschen Die Angst gefehlt hatte Diesen Weg auf 100% Zu gehen So habe ich ein bisschen Das Gefühl gehabt Ich sehe es halt so Wir haben eine erste Staffel einer Star Trek Serie Einer Star Trek Serie Die auch durchaus Eine längere Zukunft Vor sich hat In meinen Augen Als es beispielsweise Enterprise leider hatte Erste Staffeln Waren bis jetzt Immer irgendwo Ein Ausprobieren Und sowas Gewesen Und die Freiräume Da auch Sachen Ausprobieren Das möchte ich Halt auch dahinter Irgendwo halt Den Entwicklern Halt auch zugestehen Und jetzt nicht Da quasi Ein absolut Perfektes Produkt Erwarten Die Frage ist Natürlich wie sich Das jetzt mit Staffel 2 Dann wirklich setzt Und wohin Dann die Reise Damit dann auch Wieder geht Aber eine perfekte Erste Staffel Haben wir bis jetzt Bei keiner Star Trek Serie Glaub ich gehabt Nein Nein um Gottes Willen Ich finde Die erste Staffel Auch wirklich Ich mag Discovery Also wirklich Ich bin ja Marco kriegt es ja Ich glaube ich im Chat Im Star Trek Gruppe Oft mit Ich bin ja einer von denen Die Discovery Vehemen verteidigen Mich persönlich Hat auch Überhaupt nicht gestört Dass die Klingonen Völlig anders ausgesehen haben Mich hat es in Into Darkness Nicht gestört Mich hat es in TNG nicht gestört Dass die völlig anders Als in TOS aussahen Ich habe das immer Als das gesehen Was es war Produktions Und designtechnische Entscheidungen Meiner Fantasie Sind da eh In die Grenzen Gesetzt gewesen Also da gebe ich Tiberius Was das anbelangt Völlig recht Ich finde halt Was ich halt An Discovery Schade finde Und das meine ich Zum einen Ich gebe dir natürlich Recht Mit so einer Folge Wie Matt Da will man natürlich Die Altfans ansprechen Das ist klar Andererseits merkst du aber auch Dass der Plot an sich Zu kurz ist Der Plot ist zu kurz Für 15 Folgen Und wenn du dir dann Die letzte Folge Vor allen Dingen Anguckst Tut mir leid Die ist schwach Das ganze Ende Ist total schwach Die haben ziemlich aufgebaut Relativ zu schnell aufgebaut Und dann ist sie plötzlich Ganz schnell abgesackt Da hat irgendwie Der Höhepunkt gefällt Es war halt einfach zu viel Handlung Es war zu viel Handlung Für das was noch an Zeit Geblieben ist Genau Das hätte eine Doppelfolge gebraucht Das sehe ich ganz genau Irgendwie hat der Knall am Ende gefehlt Genau Also da hätte man So wie Hyperius sagt Eine Doppelfolge Daraus gemacht Hätte dann gesagt Komm wir machen 16 Oder eine Folge Die dann Statt 45 60 Minuten lang ist Von mir aus Da hätte man dann Den Plot etwas stärker Ausreizen können Aber so Ja gut Wir schalten die Bombe ab Jetzt sind alle friedlich Weil die Klingonen wissen Wir können sie jederzeit In die Luft jagen Das ist Einfach Kein guter Autorischer Stil Meiner Meinung nach Cosmic Wave hat gerade Einen guten Satz geschrieben Die durchgängige Erzählweise Hat bei mir nur den Effekt Dass ich einzelne Folgen Nicht wieder anschaue Das hat natürlich Der andere Nachteil Bei durchgehenden Storys Dass man einzelne Folgen Nicht getrennt vom Rest schauen kann Was man bei TNG oder sowas Natürlich ohne weiteres machen kann Weiß nicht Also ich hab mir die Matt-Folge Die Matt-Folge Die Matt-Folge ist schon Relativ vom Rest weg Aber eine andere Folge Zwischendrin Okay man hat den Vorteil Dass jetzt gerade bei Späteren Folgen Dann auch Rückblicke Und so gezeigt wurden Aber man kann es nicht Irgendjemand der die Die ganze Serie noch nicht Gesehen hat Nicht einfach eine Folge Rauspicken Und sagen Oh die fand ich geil Die zeige ich dir mal Damit kann ich punkten Der sich dann aber sagt Der sich dann aber sagt Warum Was ist davor passiert Warum sind die jetzt dort Das wird ja gar nicht erklärt Verstehe ich nicht Bei TNG Nimmst du irgendeine geile Folge Aus der siebten Staffel Zeigst dir Und die finden Cool Weil einfach diese Folgschicht und alles Danach nicht nötig ist Funktioniert aber In 60% aller Serien Nicht mehr Ja bei den neuen Serien Weil die halt alle Immer mehr auf diesen Durchgehenden Erzählprinzip gehen Ja Die haben aber dafür den Vorteil Dass die die Spannung Oben halten von Folge zu Folge Diese Erzählgeschichte Genau Das ist der andere Vorteil Hat alle seine Vor- und Nachteile Und wenn du dir die Serie Nochmal anguckst Dann wirst du sie Durchgucken nochmal Habe ich auch bei Ich habe ja Discovery Schon jetzt dreimal Oder so gesehen Oder dreimal waren es jetzt Und guck die halt immer wieder Dann durch auch Und was halt schön ist Auch an Discovery Und was ich mir auch Für die zweite Staffel erwarte Ist dass du in der Serie Viel am Rand entdecken kannst Die hat Mr. Spocky Stocky Entschuldigung Das ist dunkelblau geschrieben Stocky hatte geschrieben gehabt Dass der Trick an der Sache ist Dass man durch die Serie Wieder komplett schaut Das ist dann wieder der Vorteil An den Streamingdiensten Wäre das Ganze im TV Wäre das gar nicht machbar Dann musst du drauf warten Dass das irgendwann Wieder ausgestrahlt wird Aber beim Streamingdiensten Kannst du das noch Ohne weiteres machen So jetzt hast du jetzt Jede Woche in der Folge Geschaut gehabt Jetzt knalle ich nochmal Alles hinterher Und schaue mir nochmal Alles am Stück an So das ist bei Streamingdiensten Kein Problem Oder auch bei Blu-ray Oder sowas Aber im TV Wäre sowas halt nicht möglich gewesen Das heißt Das ist alles wieder Abhängigkeit Von der Plattform Wo es ausgestrahlt wird Zu der Art Wie was erzählt wird Wie auch Tiberius Vorhin schon gemeint hat Dass Ich glaube du hast Vorhin erzählt gehabt Dass Discovery Die Erzählweise von Discovery So gar nicht Seinen Platz fitten würde Im TV Weil dann einfach Vielleicht zum ersten Mal Anschauen Aber gerade wie zum Beispiel Den Aspekt Dass man sich Wenn man später nochmal Anschauen will Oder wenn die Serie Wieder kommt Ist man fast ein bisschen Gezwungen wieder von vorne Bis Ende zu schauen Um einfach diesen Durchgehenden Strang Auch zu haben Man schaut sich ja In einem Film Ja auch nicht nur Die erste Stunde Lässt man weg Dann geht man rein Für 10 Minuten Dann geht man wieder raus Und sagt toll Scheiß Film War zu wenig Handlung Ja aber letzten Endes Laden Sender ja auch Zu Bing Watching Inzwischen ein Also wenn du mal Das Konzept Zu Walking Dead nimmst Ja Die dann auf RTL 2 Immer gleich durchgehend Acht bis 10 Folgen Gezeigt werden Über eine Nacht hinweg Oder bei Black Sails Hat man es genauso gemacht Und bei anderen Serien auch Es gibt schon Sender Und das ist ja jetzt auch Wieder eine Entwicklung Im Fernsehen Die ja versuchen Den Streamingdiensten Entgegenzuwirken Indem die halt Spartensender eröffnen Seven Max Ja RTL 2 Tele 5 Sind ja alle Spartensender Und da sind dann Solche Sachen plötzlich möglich Die im andere Auf anderen Sendern Eigentlich nicht möglich sind Dass man da eben mal 4, 6, 8 Folgen Am Stück zeigen kann Weil man weiß Da spricht man Bestimmte Fangruppen Also denkbar Generell ist es schon Ob sich das so entwickelt hätte Ohne Streamingdienste Das ist was Was damit zweifeln kann Und du bist auch Meine Twitch-Zuschauer Nicht wundern Auch wenn der Nightbot Immer sagt Nächsten Montag Ist wieder Triple Talk Nein Nächsten Montag Ist kein Triple Talk Das war für heute Ich tu das mal ganz eben Disable Genau Ich muss auch noch mal Kurz noch dabei sagen Dass ich um 11 Uhr Mich verabschieden muss Ja Deswegen will ich eigentlich Auch ganz schnell Noch vorpreschen Da hier Ich merke es nämlich selber schon Dass es relativ spät wird Ich tu mal Kurz einen wichtigen Artikel Noch hier rauskramen Und zwar Mit den Serientiteln Die angekündigt worden sind Es sind ja Dann jetzt am 15.08 Zwei neue Serientitel Angekündigt worden Und zwar Der eine heißt Wo war es Star Trek Reliant Allein der Name Der brecht schon richtig rein Weil jeder Star Trek Fan Weiß was mit Reliant gemeint ist Kann A Natürlich in der Zeit von Khan Wo der Khan auch Auf der Setti Alpha Planeten Da war und so weiter spielen Es kann allgemein Reliant Es kann sich um das Schiff drehen Es kann auch was ganz anderes sein Aber grundsätzlich ist Reliant Natürlich schon mal etwas Was ein Star Trek Fan Richtig hoch Hoch hören lässt Und Star Trek Destiny Destiny ist dann wieder Ein Thema auf die Buchreihe Das heißt Es sind aber keine Seriennamen Ne Die haben Das sind Markennamen Das sind Markennamen Genau Markennamen Die sind beim Marken Und beim Patentamt Angemeldet worden Ist ein ganz normaler Prozess Mhm Also das bedeutet nicht Dass das zwangsläufig Fernsehseriennamen sind Ich gucke auch gerade Ob es da von Paramount Oder CPS Steht jetzt hier Direkt nichts dort Könnte natürlich auch Es könnte alles sein Es könnte auch sein Dass die eigene Eigenoffizielle Buchreihen Rausbringen mit den Namen Ähm Aber es klingt halt schon Ein bisschen danach Dass es Serien sind Ja Das wird ein bisschen Durch den Titel Des Artikels Suggeriert Weil der Artikel Ja direkt los geht Mit Star Trek Zwei mögliche neue Serientitel registriert Ähm Wie gesagt Es sind halt einfach Nur das Patent Und Markennamen Da quasi eingetragen Ja Oder angemeldet wurden Eben Ähm Also ich möchte nicht wissen Ich möchte nicht wissen Wie viele Namen Marvel Ihr das Jahr eintragen lässt Ja So generell Ähm Das ist wahrscheinlich Rein präventiv Dass man mal wirklich Äh So nach dem Motto Wir sichern uns das mal Lieber Aber ob dann im Endeffekt Was draus wird Also wenn ihr jetzt mal Nimm mal als Beispiel Destiny Destiny ganz klar Spielt auf die Romanreihe an Ich meine Freunde Das Extended Universe Kennen die Serie Ja Und ähm Das ist jetzt eine Frage Äh Wie würdest du das denn Mit dem vorhandenen Cast machen Du müsstest ja einen Teil Völlig neuen Äh Teilweise einen völlig neuen Cast Auch äh Erstmal finden Die die Rollen Von Weike Du kannst ja Weike Nicht Du kannst ja Gun John Es sind Fakes mehr Würde er auch gar nicht Machen wollen glaube ich Ja denke ich auch nicht Also äh Da äh Kann es natürlich auch Durchaus sein Dass da Wenn überhaupt Eine Star Trek Destiny Serie Gedacht wird Dass was völlig anderes gemeint ist Zum einen Kann natürlich Das kann mit Reliant genauso sein Genau ne Also das kann natürlich sein Zum anderen kann es auch wirklich sein Äh Dass ein Spiel angedacht ist Kann ja auch sein Das ja 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 und das kann genau so ein analoges Wie ein Computerspiel sein Ne Ähm Es kann ein Spielzeug sein Wo ein Markenname für angekündigt worden ist Und so weiter und so fort Also äh Das ist jetzt Eine Serie Und das wäre ja die Serie gewesen Die Die meisten Fans sich gewünscht hätten Star Trek Destiny Ja natürlich Wobei ich aber auch glaube Dass es von der Umsetzung her Schon fast zu komplex Für sowas wäre Ähm Aber gehen wir mal davon aus Ähm Es wären Serien Star Trek Reliant Wir kennen ja grundsätzlich Nur aus dem zweiten Kinofilm Wäre das Äh Das Schiff an sich Mit Mit ein bisschen Vorgeschichten Sonst was So ein potenzieller Kandidat für Eine mögliche Serie Wenn auch nur Kurz Serie Ich bin da ein bisschen Gespalten dazu Zum einen Ist es so Ähm Dass ich mich ja Eigentlich freue Dass man auch mal Ein bisschen andere Wege Aktuell ergründet Und mal ein bisschen Andere Sachen probiert Und von diesem Standardkonzept Ein Schiff Eine Besatzung Erlebt die üblichen Abenteuer Im 45 Minuten Format Dass man da so ein bisschen Halt von weg geht Und wirklich auch mal Andere Sachen Äh Wirklich probiert Um auch zeitgemäß Zu bleiben Andererseits Bei dem ganzen Rumprobieren Wäre es vielleicht Auch gar nicht schlecht Wenn man ein Format Im gewohnten Stil hätte Ja So Nebenbei erwähnt Es gibt zwei Relines Im Star Trek Universum Außerdem Wollte ich nur mal So erwähnt haben Aber die eine Reline Ist halt die bekannteste Seil Ja Die wo halt auch 99% Aller Star Trek Fans Sofort ins Kopf strahlt Ja Man suggeriert es Automatisch damit Was Also und ich denke auch Zum Beispiel Ich glaube auch tatsächlich Dass sich den Artikel Den Tiberius Von einer Stunde Oder so erwähnt hat Wo dann behauptet worden ist Dass eine Serie In Entwicklung ist Die sich mit den Eugenischen Kriegen befasst Ja Das passt ja zu dem Titel Star Trek Relined Ja Durchaus Also Eigentlich gar nicht So von der Zeit her Ja gut Es könnte durchaus Eine Serie sein Die sich halt auf Kahn auf City Alpha 5 City Alpha 5 Eigentlich nicht mal unbedingt Weil Weil das ja noch nicht Weil eigentlich müsste ja Was sich mit den Eugenischen Kriegen befasst Ja wirklich weit davor sein Bevor Kahn ja wirklich In die Verbannung Nein man muss ja noch nicht mehr Man muss es anders sehen Kennt der Autor sich gut genug aus Dafür um das zu wissen Nein man muss es anders sehen Alles was mit Kahn Startfand Vom ersten Moment Bis zum Ende Von der Von der Reliant Ist alles im Kinofilm Erzählt worden Das gab ja keinen davor Das hat die Worte Die haben ja erst den Kahn Im Kinofilm gefunden Und kurz danach War die Reliant schon zerstört Also eigentlich In deren Sicht Gibt es keine wirkliche Verbindung Aber Da sind wir halt Bei dem gleichen Punkt Was halt auch mit Destiny ist Wir wissen ja beispielsweise Alles was als Roman rauskommt Ist zwar lizenziert Gehört aber nicht zum Kanon Trotzdem finden Was aber nicht dagegen spricht Dass es mal passieren könnte Richtig Trotzdem finden immer mehr Sachen Davon halt Einzug dabei Und auch beispielsweise Die Eugenischen Kriege Sind in einem Doppelroman Quasi sehr ausführlich Betrachtet worden Du bist doch gar nicht alt Richtig Und fand das auch Sehr sehr gut umgesetzt Hatte mich beispielsweise Sehr begeistert Und das ist halt genau Das gleiche wie mit Destiny Destiny ist ja auch Eine Romantrilogie Die da auch quasi Sehr übergreifend Über alles mal drüber rutscht Um es mal so grob zu formulieren Wäre zum Beispiel auch eine Serie Die durchaus Produktionstechnisch Sinn macht Richtig Weil du da tatsächlich Dich mal völlig Von der Space Opera abheben würdest Genau Das wäre ein völlig neues Das wäre ein völlig neues Konzept Genau Eine Serie die komplett Auf der Erde angesiedelt ist Die man wirklich ein bisschen Geerdeter Vielleicht so Ich sag jetzt mal Ansatzweise wie damals Caprica gedacht war Nach Battlestar Galactica Wenn das einer von euch kennt So in dieser Richtung vielleicht Wo man dann wirklich auch Figuren auf lange Zeit etablieren kann Figuren Charakterentwicklungen Und so weiter Liebesbeziehungen Und sowas alles Mit einbauen kann Wo dann Dieses Wort Drama Auch nochmal Einen ganz anderen Aspekt Einnehmen könnte Zum Thema Meiner Meinung nach Zum Thema Reliant Serie Wenn es um diese Reliant geht Über die wir gerade reden Aus dem zweiten Kinofilm Mich stört Wenn man eine Serie Über etwas macht Wo man das Ende Der Schiff schon kennt Es wird zerstört Im Kinofilm Also kann man nur Was von davor erzählen Das heißt Es gibt kein Wo man Wo man sagt Dieses Denken Wo geht die Reise hin Fehlt Weil man irgendwie Weiß wo es schon endet Das ist das eine Und das andere noch Ganz schnell die Frage Die Musik Abspannmusik läuft schon Destiny Wäre Glaubt ihr Bei Destiny ist auch Ein bisschen gespalten Die einen Sachen Die sind froh Dass es nur Bücher sind Weil die Geschichte Ein bisschen zu extrem ist Andere Sachen Das sind geil erzählte Sachen Findet ihr Dass die Destiny Buchreihe Es verdient hätte Oder auch gut in das Star Trek Serienuniversum passen würde Sehr Ja Allerdings sehe ich Die Umsetzung so schwierig Dass man da Wie immer Eigentlich wenn man Ein Buch versucht Zu verfilmen Und umzusetzen Dem Grundmaterial Halt bei weitem Nicht gerecht werden könnte In der Komplexität In Fernsehserien Klappt das ja Inzwischen generell Also Sagen wir mal Wir sehen es jetzt Bei Ach wie heißt es noch The Men in the High Castle Zum Beispiel Ja Da siehst du es Dass man es kann Und das ist Ein sehr komplexer Stoff Und ich glaube auch Dass man Ich weiß nicht Wer von euch Den Foundation Zyklus Von Asimov gelesen hat Das ist genauso Ein komplexes Ding Ja Da funktioniert das auch Also ich glaube Dass Was das anbelangt Heute Serienmachern Grundsätzlich keine Grenzen Mehr gesetzt sind Zum einen Durch die Durch die Möglichkeiten Der CGI Zum anderen Genau Zum anderen aber auch Die Möglichkeiten Buch Was wenn du es liest 13-14 Stunden lang ist Ja Du auch in 13-14 Stunden Innerhalb einer Staffel Auserzählen kannst Also ich denke Grundsätzlich möglich Ist da heute alles Die Frage Die ich mir da erstelle Ist ob man es In diesem Fall machen sollte Oder ob man nicht wirklich So wie Tiberius Auch ein paar Mal schon Finde ich Auch ganz richtig gesagt hat Einfach sagen sollte Man muss hier auch Neue Wege an der Stelle gehen Und auch den Mut haben Neue Entwicklungen Einfach auch mal Ihren Lauf zu lassen Ja ich finde halt Star Trek ist im Wandel Und muss gerade eben Auch irgendwo Seinen Platz In der aktuellen Gesellschaft Und vor allem In der aktuellen Medienwelt Dabei auch finden Und da gehört es auch dazu Dass man ein bisschen Experimentiert Dass man halt auch Was riskiert Natürlich hängt immer Jede Menge Geld mit dran Auch an dem Ganzen Aber es gehört halt mit dazu Dass man vielleicht auch mal Einen Fehlschlag Hassiert dabei Ach was war das Ich bin am Nachfüllen Hier Grundsätzlich bei den Büchern Ja ich bin derselben Meinung Wie Reinhard Dass sie umsetzbar sind Ein Problem was ich nochmal habe Die Autoren der Bücher Die tun sich ja viele Ich sag mal Fehlende Informationen Nehmen wir mal als Beispiel Wie sind die Borg entstanden Sich selbst ausdenken und machen Und dementsprechend vielleicht Nicht immer unbedingt In die Richtung denken Wo vielleicht auch Zum Rest von allem Was mal gezeigt wurde Passen Ich bin zum Beispiel Nicht unbedingt der Fan davon Wie in Destiny DHD Und der Borg erklärt worden ist Ist zwar schön erzählt Aber ich finde sie passt Nicht in das Serienuniversum So gut rein Weil sie da mit anderen Sachen Noch ein bisschen kollidiert Davon mal abgesehen Ist das eine der Sachen Die ich mir optisch Am schwierigsten Umzusetzen vorstelle Aber auch da würden sie sicherlich Wege und Möglichkeiten finden Ich möchte nur ungern Jetzt hier in der Sendung Eventuell Den Inhalt der Bücher Spoilern Weil ich weiß Es gibt Leute Die haben die zu Hause Und haben sie noch nicht gelesen Also grundsätzlich Als Bücher Gute Geschichten Grundsätzlich Umsetzbar wären sie als Serie Nur die Story an sich Mit allen drum und dran In die Serie zu packen Wo sie sich Neben den ganzen Anderen vorhandenen Serien Eingliedert Und so weiter Finde ich ein bisschen schwierig Weil es vielleicht da Aus storytechnischen Gründen Vielleicht in manche Konflikte Geben könnte Aber das Das ist ja letztlich Das Interessante Am Extended Am Star Trek Extended Universe Dass es eben da Immer wieder starke Inkonsistenzen gibt Ja Es gab ein Spiel Star Trek Legacy Da wurde die Da wurde die Entstehung der Borg Ganz anders erklärt Ja Dann ist mir die Frage Welche Geschichte nimmst du da Genau Und da ist dann halt Die Sache Wo eben auch da Noch mal kurz drauf zu kommen Star Wars bis 2014 Ganz andere Und bessere Wege gegangen ist Die dann wirklich auch gesagt haben Alles was wir veröffentlichen Ist Kanon Ja Es gibt halt mehrere Abstufungen Im Kanon Aber es ist Kanon Da hätte man vielleicht Mit ein bisschen Sorgfalt Beim Star Trek Universum Auch gut dran getan Zu sagen Wir pflegen die Romane ein So hat man Sagt Tiberius auch Find ich wieder sehr richtig Sehr oft Geschichten erzählt Und das hast du ja auch gesagt Marco Die nicht wirklich Ins Universum passen Die konträr laufen Zu anderen Geschichten Innerhalb der Romane Teilweise aber auch Der Serien Teilweise von Autoren Stammten die die Serien Gar nicht gut kannten Die haben sich einfach selber Was dann zusammengedichtet Was ja nicht unbedingt Als Story schlecht ist Aber halt nicht Genau Die anderen Dinger passt Also und Und daher finde ich eben Es sollte so bleiben Einen letzten Artikel Habe ich hier noch Der geht auch ganz schnell Da geht es darum Mögliche neue Projekte Da wurde von der amerikanischen Quelle Variety Wurde dahergenommen Und da wurde Geschrieben Dass anscheinend Die Hollywood Reporter Und so weiter Schon mehr über die Zukünftigen Projekte wissen Angeblich wäre zum Beispiel Josh Schwarz Und Stephanie Savage Sollen schon damit Betreut sein Betreut sein Eine Serie zu entwickeln Die in der Sternflottenakademie spielt Also angeblich Sollen da schon Leute Schon drauf hingebracht werden Eine Serie Über deren Inhalt Noch nichts bekannt ist Eine Serie Die auf Zorn des Kahn Passiert Das haben wir ja auch Schon öfters gelesen Dass einfach Egal ob es vorher Eugenischen Kriege Oder vielleicht sogar Die auf City Alpha 5 Könnte ja auch sein Wie nach und nach Die Leute Auch wegsterben Auf jeden Fall Irgendwas mit Zorn des Kahn Basiert sein Bisher weiß man Auch nichts genaueres Und eine Anemite Serie Über die auch Noch nichts bekannt ist Also das sind so Projekte Wo anscheinend schon Ein bisschen im Gespräch sind Neben der PK Serie Auch Wollte ich nur noch Mal in den Raum werfen Weil das fand ich noch So mit Abseits von allen anderen Dings Dieses Noch interessante Information Gerade das Thema Das schon Namen genannt Zwei Namen genannt Wurden sind In Verbindung mit einer Sternflotten Akademie Serie Ist zum Beispiel Auch schon mal Eine sehr interessante Spekulation Der meistens heißt ja Es könnte eine Serie In der Sternflotten Akademie Spielen Aber wenn hier schon Zwei Namen genannt werden Die angeblich schon Damit betreut werden sollen Ist es schon mal interessant Ich bedanke mich bei euch Ich verabschiede mich langsam Da hier Wir haben jetzt drei Stunden Ich habe auch noch Eine Neuigkeit Die du vergessen hast Jetzt erzähl William Shatner hat Ein Shatner Klaus The Christmas Album Angekündigt Wo Weihnachten wieder singt Was ich aber auch noch Gelesen habe Weil vorhin auch das Thema war Dass man Vielleicht dann Dass es schön ist Wenn man so Einen alten Schauspieler Von Star Trek wieder zuholt Ich habe was gelesen Ich habe aber den Artikel Nicht mal gefunden Dass angeblich auch Shatner angefragt worden ist Hm Für was auch immer Ich habe nur irgendwas gelesen Dass auch Shatner Für ein mögliches Projekt Angefragt worden wäre Ich habe den Artikel Nicht mal gefunden Ich habe das jetzt nur noch Aus dem Gedächtnis rausgeholt Wie das Projekt aussieht Eigentlich ganz ehrlich Ich hoffe dass es keine Komplette Serie ist Sondern eher nur für Was anderes Weil er ist halt auch Schon nicht mehr der Jüngste Und Aber grundsätzlich Warum nicht Ich bedanke mich bei euch Beiden mal wieder Eine sehr schöne Sendung Ja Als er dann zum Laufen kam Als er dann endlich zum Laufen kam Die lief jetzt Die letzten Ich gucke gerade Ihr müsst auch einfach nur bei Twitch Einfach runter scrollen Da findet ihr den Button Zu der Webseite Ich werde es Morgen werde ich die Folge Auf YouTube dann online schalten Ich hoffe ich kriege das hin Weil Jetzt natürlich auch Gerade auf Twitch immer Abbrechen musste Und neu machen musste Ich muss mal gucken Ich glaube ich kann sogar Die Folgen von Facebook Runterladen Ich muss mal schauen Das wird auf jeden Fall Eine riesen Aktion Wenn es nicht morgen Dann vielleicht übermorgen Die Folge auf YouTube ist Dementsprechend dann Auf tripletalk.com Ich bedanke mich bei dir Rainer Dass du wieder dabei warst Du wolltest übrigens Noch mal was Du wolltest übrigens Noch mal was ansprechen Über ein Projekt Was nächstes Jahr ist Ach ja Haben wir ganz vergessen Das Ja Ein paar Leute sind ja noch da Also Wir haben vor einiger Zeit In Osterbrück Und Recklinghausen Und Duisburg Und Oberhausen Die Leute die ich gerade Schon erwähnt habe Einen gemeinnützigen Verein Gegründet Der sich zur Aufgabe gesetzt hat Die DKMS finanziell zu unterstützen Die deutsche Knochenmachspender Datei Um das zu erreichen Werden wir nächstes Jahr Siveres Horche auf Eine kleine Convention In Osterbrück organisieren Die recht Star Trek lastig ist Nicht nur Sehr schön Aber Doch zu rund 60 Prozent Es werden Leute wie Björn Sülter Da sein Der also jetzt gerade mit Es lebe Star Trek Für Furore sorgt Der Mike Hillenbrand 40 Jahre Star Trek Star Trek in Deutschland Solche Bücher hat er rausgebracht Es wird Benjamin Stöwe Die deutsche Synchronstimme Von Dr. Kalver da sein Und halt noch ein paar andere Gäste Die mit dem Star Trek Fandom Vor allen Dingen in Deutschland Auch zu tun haben Und mit ein bisschen Glück Auch noch eine Überraschung Die ich jetzt noch nicht verrate Es werden aber auch britische Schauspieler Aus dem Doctor Who Universum Aus dem Star Wars Universum Die bei Guardians of the Galaxy Mitgespielt haben Dabei sein Viele viele Cosplay Gruppen Das alles einen Tag lang Für 16,50 Euro Eintritt Und für guten Zweck Und der komplette Reihenanlös Geht komplett an die DKMS Also wir werden nur Das was wir an Geld reinstecken Behalten Um Rücklagen für die weiteren Aktionen Dann das Star Wars EV zu haben Das klingt doch super Du kannst auch gerne nochmal den Link Weiß nicht ob du gerade Zur Verfügung hast Auch nochmal in den Chat Post Mach ruhig Facebook Ich mach es dann auch in Twitch rein Auf jeden Fall eine sehr gute Sache Wir hatten ja letztes Mal Oder vorletztes Mal im Stream Habt man ja auch noch die andere Star Trek Projekt Mit Uses Vision War das ja Auch gemeinsam nützliches Projekt Mit dem Thema Star Trek Auch schon gehabt Und deswegen finde ich auch immer wieder geil Wenn dann solche Projekte Mit Star Trek als Grundlage Immer Ins Leben gerufen werden Finde ich auf jeden Fall richtig geil Ich hab es auch nochmal bei Twitch gepostet Ich bedanke mich Also Genau Also Nur um das wirklich nochmal kurz zu sagen Es gibt Es gab dieses Jahr in Deutschland Drei Star Wars Fan Conventions Mit einem ähnlichen Hintergrund Wir sind jetzt entschuldig Wenn ich jetzt mal zur Seite gucke Wir sind wirklich Der erste Verein Dieser Art Gemeinnützig Die sich An sowas halt auch rantrauen Es gibt nicht eine Convention Die wirklich von Fans Für Fans ist Und das kann man so sagen Wir sind alle Fans Durch die Bank Keiner von uns ist Profi Da auf die Kette bringen Und wir würden uns einfach freuen Wenn da viele Star Trek Fans Eben hinkommen Um sich das halt anzuschauen In Osnabrück Am 30.03.2019 Im Haus der Jugend In Osnabrück Ist auf jeden Fall noch viel Zeit hin Um da noch Urlaub zu nehmen Auf jeden Fall richtig geil Ich bedanke mich bei dir Tiberius Schön Ich bedanke mich Dass ich dabei sein durfte Schön dass du wieder dabei warst Hab mich wieder sehr gefreut Hab mich den ganzen Tag schon drauf gefreut Ich mich auch Nur nicht auf die Probleme Ich bedanke mich natürlich auch Bei allen Zuschauern draußen Bedanke ich mich natürlich auch Recht herzlich Es war wieder wieder schön Wie ihr alle mitgemacht habt Egal ob Facebook oder Twitch Und ich weiß noch nicht Vielleicht tue ich sogar nichts Mal wieder so machen Das ist gleichzeitig auch auf YouTube Einfach um Probleme mit der Übertragung Und solche Sachen Zu lösen Es gab auch wieder einige neue Follower Wo ich mich auch nochmal bedanke Und ansonsten Wünsche ich euch allen Einen schönen Montagabend Und Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss